Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu Game of Nerds, dem Fantasy. Ja, ehemals Game of Thrones, jetzt Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael, ich grüße dich. Hallihallo. Ja, liebe Hörer, liebe Nerds und auch viele, die jetzt wahrscheinlich wieder Staub von diesem Feed runterblasen. Denn natürlich ist mit dem Ende von Game of Thrones auf diesem Feed hier, auf dem Game of Nerds Feed, gar nicht mehr so viel passiert. Wir haben danach noch ein paar Interviews veröffentlicht mit Gemma Wielen und noch ein paar anderen Schauspielern von Game of Thrones. Aber dann war es doch jetzt wirklich fast zwei Jahre ruhig auf diesem Kanal. Und dann haben wir uns mal gedacht, blasen wir hier mal ein bisschen den Staub vom Feed runter und beleben ihn mal wieder. Denn es gibt einen Anlass, diesen Feed wieder zu beleben. Eigentlich gibt es sogar zwei Anlässe, ihn wieder zu beleben. Wir haben zum einen ja eine neue Game of Thrones Serie, die uns ab August bereichern wird. Über die werden wir natürlich auch in diesem Podcast regelmäßig berichten und sprechen über die einzelnen Folgen, wie ihr das von uns gewohnt seid. Aber es kommt ja auch noch eine Herr der Ringe Serie ab September. Michael, du wirst es gleich besser wissen. Und die haben wir mal zum Anlass genommen, um etwas zu tun, was wir eigentlich schon lange mal machen wollten. Denn wir schauen jetzt mit euch gemeinsam bis September alle Peter Jackson, Herr der Ringe und Hobbit Filme nochmal. Und wir werden auch nochmal über das Zeichentrickpendant aus den frühen 70ern oder ich weiß nicht genau 80ern reden. Und ich finde, wir müssen auch mal über die russische TV-Version reden. Aber das wird alles in einzelnen Podcasts passieren. Und deswegen heißen wir euch heute erstmal herzlich willkommen zur Auftaktfolge, in der wir über den Hobbit reden. Eine unerwartete Reise. Und wir haben ihn uns angeschaut in der Extended Edition. Aber Michael, jetzt sind ja bestimmt ganz, ganz viele Leute neu hier. Wo könnten sie denn neben Herr der Ringe noch andere Dinge von uns hören? Ja, alle, die es vielleicht in diesen zwei Jahren nach dem Trauma des Game of Thrones Finales vergessen haben, beziehungsweise verdrängt haben, will ich die mal ein bisschen erinnern. Und auch alle, die neu da sind, herzlich willkommen. Wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer. Und alles, was ihr über uns hören und wissen wollt, findet ihr immer unter nerdizismus.de. Da findet ihr alles, was wir in den letzten sieben Jahren so gemacht haben. An Podcasts, an Videos, an Artikeln und, 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 und. Und am meisten freuen wir uns auch in diesem Podcast immer über Feedback von euch. Das könnt ihr einerseits gerne geben für alle, die klassisch noch im Zeitalter der 90er verschwunden sind. Oder nicht nur ihre, äh, naja, Newsletter darüber bekommen, über E-Mail an die info at nerdizismus.de. Ihr könnt gerne auch ganz modern eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder eine WhatsApp-Sprachnachricht einsprechen an die 01525-964-7709. Oder ihr diskutiert ganz modern, das modernste vom modernsten, äh, mit bei unserem Discord auf nerdizismus.de slash Discord und seid bei belebten Diskussionen mit dabei. Und wie das immer so ist bei neuen Casts oder Reihen, die ein bisschen wiederbelebt werden, braucht auch so ein Algorithmus bei iTunes, bei Spotify, so ein bisschen Signale, dass hier wieder Leben in der Bude ist. Und da helft ihr uns ganz besonders, wenn ihr Reviews hinterlasst in Form von Sternebewertungen, aber auch gerne was Ausführliches. Das hilft, dass dieser Feed wieder nach oben kommt und damit wir in einer großen Community über die Herr-der-Ringe-Serie, über die Filme von Peter Jackson, aber auch dann über die kommende Game of Thrones-Serie sprechen werden. Ich hatte gerade eben, als du gesprochen hast, ganz kurz, als du die 90 erwähnt hast, ganz kurz die Angst gehabt, du erwähnst jetzt noch ein IRC-Channel oder Fax. Ja, könnte jetzt fast schon sein, ne? Was gibt noch irgendwelche alten Chat-Groups, über die man nur noch mittlerweile Dateien tauscht? Usenet war das, ne? Ja, genau. Oder war natürlich ganz klassisch, man schreibt einen Leserbrief an irgendein Fan-Scene. Es gibt übrigens auch immer noch ICQ, dieses schöne Oh-Oh. Das kennen vielleicht manche auch noch und ich glaube, ich habe sogar noch meine ICQ-Nummer drin. Ich kannte die damals sogar noch auswendig, mittlerweile nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr einloggen. Nicht? Nee, meine Nummer habe ich auf irgendeinem Screenshot noch gefunden und eigentlich war ich damals, was Passwörter angeht, extrem sparsam unterwegs und hatte nur drei, vier verschiedene. Aber die funktionieren alle nicht mehr. Also ich konnte mich bei keinem mehr einloggen. Das hat leider nicht funktioniert. Aber wir wollen ja jetzt nicht hier zum IT-Talk ausatmen, sondern wir möchten ja über die Herr der Ringe filmen und heute eben beginnend mit der Hobbit unerwartete Reise sprechen. Und Michael, jetzt haben wir ja die Situation, ganz im Gegensatz zu unserem Track-Nerds-Cast, wo ich so eher im Lore drin bin, dass ich ja so gar nicht drin bin. Also so gar nicht stimmt nicht. Ich werde gleich ein bisschen was dazu sagen. Aber fassen wir es mal so zusammen. Ich habe das Silmarillion dreimal angefangen und bin dreimal eingeschlafen beim Lesen und beim Hören würde ich es niemals im Auto hören, denn das könnte gefährlich enden. Das ist so mein Stand. Das heißt, wir werden also in dieser Podcast-Reihe, werde ich für euch, liebe Hörer da draußen, stellvertretend die doofen Fragen stellen und die dummen Annahmen machen. Und du bist dann, um mal in so einer Analogie zu bleiben von, hör mal, wer da hämmert, du kannst dann immer sagen, das glaube ich nicht, Tim. Ich versuche es auf jeden Fall. Also ich bin im Gegensatz zu dir ziemlich drin. Ein bisschen musste ich mich jetzt wieder in manche Sachen einlesen, aber so Herr der Ringe, die ganze Tolkien-Welt ist so echt mein Metier, wo ich auch viel Zeit schon investiert habe. Ich habe auch einiges hier an Büchern rumliegen. Ich habe es mich nie getraut, Elbisch zu lernen, obwohl ich das Wörterbuch da habe. Aber zumindestens habe ich ein bisschen einen Plan von dem, was ich so reden kann. Vor allen Dingen war das ja auch, das war auch ein großer Teil meiner Spätjugend, würde ich mal so sagen. Als die Filme rauskamen, da ging ich so gerade auf meine 20er zu. War gerade so 18, glaube ich, beim ersten Film, als sie ins Kino kamen. Vorher hatte ich mal so Herr der Ringe vielleicht im, ja, ich glaube, ich hatte das WDR-Hörspiel mal beim Arbeiten bei meinem Vater gehört, als ich einen Aushilfsjob bei der Firma von meinem Vater gemacht habe. Und erst so mit dem Herr der Ringe bin ich dann ganz interessiert in die Filme und in die Bücher eingestiegen. Die Herr-der-Ringe-Bücher habe ich in der Tat vielleicht ein, zweimal gelesen. Das war es auch. Aber jetzt hier, womit wir anfangen und was mir auch besonders am Herzen liegt, der Hobbit ist so eins meiner Lieblingsbücher. Ich glaube, ich habe selten ein Buch öfters gelesen, als dass ich den Hobbit gelesen habe. Dementsprechend war ich auch erpichter drauf, dass es doch eine würdige Filmumsetzung geben könnte. Aber was daraus geworben ist, da sprechen wir jetzt in diesem Cast dann drüber. Ja, das WDR-Hörspiel, das du erwähnt hast, ist wirklich auch so mein, ich sage mal, mein anderthalbster Berührungspunkt. Ich bin ja ein bisschen älter als du, ein paar Jährchen. Und ich habe den Hobbit immer wahrgenommen von einem Grundschulfreund. Der hat das halt in der Grundschule oder im Kindergarten kannten wir uns auch schon. Da hat er immer davon erzählt. Ich kannte es selber nicht. Und die Kinderbücher, die bei uns zu Hause so rumlagen, waren eher so Ottfried Preußler und Astrid Lindgren und Erich Kästner. Und er hat immer immer, Stefan hat immer vom Hobbit erzählt. Und mehr wusste ich aber davon auch gar nicht. Das war, habe ich mal den Namen gehört. So. Und dann habe ich irgendwann mal, ich habe sehr früh angefangen mit so Hörbüchern, weil meine Mutter irgendwann erkannt hat, ich lese nichts, also muss der Buch was hören, damit er zumindest ein bisschen Literatur mitkriegt. Und dann habe ich Hörbücher gekriegt oder auf Kassetten damals natürlich noch. Und unter anderem auch ein Schuber mit, ah, bestimmt vier Kassetten mit dem von dir gerade erwähnten WDR-Hörspiel. Das ihr übrigens auch auf YouTube findet. Wir werden das dann in den Shownotes verlinken. Und das wirklich toll war. Es ist ein klassisches Hörspiel, also kein Hörbuch. Es gibt einen Erzähler. Es gibt verschiedene Stimmen. Es ist sehr, wie das halt so in den frühen 80ern war und das hat auch schon ein bisschen was auf dem Buckel dieses Hörspiel, ein bisschen avantgardistisch angehaucht. Gerade was so Musik angeht, das hat sich heute noch nicht geändert. Also wenn ihr in eurem Podcatcher vielleicht mal den WDR-Hörspielspeicher als Feed abonniert habt, kann ich an der Stelle nur empfehlen. Dann sind da manchmal wirklich tolle Hörspiele drin. Aber was so die musikalische Gestaltung angeht, hey Caramba, da sind also eine Menge Komponisten dabei, die sich irgendwie mal ausleben müssen. So war es auch bei diesem Hörspiel. Aber das habe ich wirklich rauf und runter gehört. Das muss man ganz klar so sagen. Und viele Sätze habe ich noch im Kopf, habe ich richtig im Ohr. Und das hat mich da wirklich gepackt gehabt. Allerdings war das ein absolut singuläres Ereignis, denn außer diesem Hörspiel habe ich nichts vom Herr der Ringe gewusst und gekannt und bin damit auch niemals in Berührung gekommen, bis ich es dann irgendwann durch die Peter-Jackson-Filme wieder natürlich wie bei vielen anderen auch in meiner Wahrnehmung dann aufgetaucht ist. Aber dazwischen absolutes Blank. Ja, also sagen wir mal so, das war ja letztendlich, hat man zwar schon lange vor den Filmen gesagt, dass das eins der meistverkauften Bücher neben der Bibel halt der Herr der Ringe ist. Und es ist ja auch noch niemals so genannt out of print, aus dem Druck rausgegangen. Und es ist halt ein Klassiker der Literatur mehr oder weniger, vor allem Science-Fiction-Literatur. Aber es ist immerhin immer noch nicht Science-Fiction, sondern Fantasy-Literatur und es hat vielleicht nicht die meisten berührt. Das war schon ein krass Nerdtum in einer Zeit, wo Nerds dann doch oft verschrien wurden als die Außenseiter, die nichts so mit dem Mainstream zu tun hatten. Das hat sich ja am Anfang der 2000er dann geändert, gerade durch viele Sachen, die in Film und Fernsehen reingekommen sind. Und vor allem Dingen ja auch besonders durch die Herr der Ringe Filme, die ja nicht nur die ganzen Bücher wieder auf den Plan gebracht haben, sondern auch zum Beispiel eine ganze Tourismusbranche in Neuseeland belebt haben, so ungefähr. Ja, deshalb, ja, bei mir war es auch so. Ich habe dann halt, wie gesagt, das Hörspiel gehört und glaube ich, wenn ich mich recht dran erinnern kann, weil das doch irgendwie gekürzt war und halt nicht das Ganze war, habe ich es mir dann angetan, die Bücher zu lesen und bin über die Bücher hinaus auf den Hobbit gekommen, wo wir jetzt eigentlich dann drüber reden wollen. Und aufgrund dessen, dass die so sehr unterschiedlich sind, auch sehr ganz, ganz unterschiedliche Ansätze haben, ist bei mir mehr als Lieblingsbuch der Hobbit hängen geblieben, als dieses sehr episch schwere Herr der Ringe und, aber lustigerweise, und das hast du eben kurz erwähnt, beim Silmarillion habe ich es auch wieder umgekehrt. Also Silmarillion habe ich fast schon so oft wie der Hobbit gelesen, ich weiß nicht wieso, ich bin kein religiöser Mensch und ich bin auch kein Bibelleser, aber Silmarillion ist so ein bisschen wie die Bibel von Tolkien's Feld, nicht umsonst auch wie es geschrieben ist, von den ersten Kapiteln bis zum Rest. Und ich glaube, dieser Aufbau des Ganzen, dieses Worldbuilding, was der betreibt, wo der ja ein Meister drin war, weil der sich ja in einer Zeit, wo viele es überhaupt nicht gemacht haben, diese riesige Welt ausgedacht hat. Und man kondensiert in, ich weiß nicht, 800 Seiten wirklich die ganze Geschichte der Welt mitbekommt, mit ganz vielen kleinen, spannenden, tollen Versatzen daraus. Und da ist ja aber noch längst nicht gesagt, das war ja eigentlich, Silmarillion war ja von Tolkien gar nicht so vorgesehen. Das hat ja sein Sohn nach seinem Tod rausgebracht, weil er alle Schriftstücke da drin gesammelt hat und als das Silmarillion veröffentlicht hat. Also Tolkien hat es ja selber nicht veröffentlicht. Ganz abgesehen davon können wir sicherlich nochmal noch tiefer reingehen, wenn wir über Heer der Ringe und die ganzen Versatzstücke, anderen Adaptionen und sowas reden. Gerade bei der Serie wird es nochmal wichtig, obwohl die Serie wahrscheinlich mehr mit dem Heer der Ringe zu tun hat als mit dem Silmarillion. Und das ist, möchte ich heute aber auch dann feststellen, dass der Hobbit nicht der Herr der Ringe ist und nicht der Herr der Ringe sein sollte, auch gar nicht so entstanden ist. Und deshalb diese Filme auch durchaus kontrovers in ihrer Produktion und in ihrer, ja, Machart sind. Naja, es ist ja sozusagen ein Prequel zum Heer der Ringe. Naja, es ist kein, ja, nee, ist es nicht. Also deshalb, ich fange vielleicht von vorne an. Tolkien, der hat... Ich wollte gerade sagen, ordne uns doch mal, ordne uns doch mal diese Welt so ein bisschen ein. Ja, also wo kommen wir her, wo sind wir zum Zeitpunkt des Hobbits und gib mal einen ganz kurzen Ausblick auf den Herr der Ringe. Ganz kurz, aber wo kommen wir her, wo sind wir? Ich weiß, dass wir ja dann noch ganz, ganz viel Lore in der Herr der Ringe Serie haben werden, etc. pp. Aber wo kommen wir denn her, wo sind wir denn und wo wollen wir hin? Ja, also letztendlich muss man ein bisschen zu der Geschichte vom Hobbit wissen. Der Hobbit war eigentlich nie so als Buch angedacht, was veröffentlicht werden sollte. Also Tolkien hat zu der Zeit, als er den Hobbit geschrieben hat, vor allen Dingen war der Akademiker. Der war in Oxford, hat viel mit Sprachen und sowas gemacht und dementsprechend hat er viel, ja, kleine, kleine Gedichte und kleine Schriftstücke und ähnliches geschrieben. Und der Hobbit war eigentlich etwas, was er für seine Kinder geschrieben hat. Das war ein Buch, was er auch deshalb in Häppchen so geschrieben hat, weil es ist sehr episodenhaft geschrieben, um es seinen Kindern abends mehr oder weniger zum Einschlafen vorzulesen. Und wir haben es einem Autor wie C.S. Lewis, den kennt man ja von den Narnia Büchern und sowas, zu verdanken, weil er mit denen befreundet war, dass er überhaupt hingegangen ist und das veröffentlicht hatte. Weil alle, die sich dann da reingelesen haben, haben gesagt, boah, das ist ja eigentlich ganz toll und du solltest dir das mal vornehmen und das veröffentlichen. Und das hat er dann auch gemacht, also in den 30ern hat er es geschrieben und 37 wurde das veröffentlicht. Und der Zweck dahinter war eine wirklich eine Kinderbuchgeschichte, die Eltern ihren Kindern vorlesen können, abends oder zwischendurch, um mit Episoden da durchzugehen. Und eine nette kleine Fantasygeschichte mit Zwergen, mit Elfen und mit allen möglichen anderen Sachen zu haben. Alle Elemente, die da drin vorkommen, die haben in dem Moment, als sie geschrieben worden sind, nicht wirklich was mit diesem großen Mythos des Heer der Ringe zu tun gehabt, aus der er dann später entstanden ist. Das wichtigste Element, was ja auch hier in dem Film ganz groß vorkommt, der Ring, der Ring war nicht der Ring der Macht, als dieses Buch geschrieben wurde. Es war ein magischer Ring, den Bilbo per Zufall in der Begegnung mit Gollum, mit dieser komischen Kreatur Gollum gefunden hat. Und der ein Mittel zum Zweck war, um ihm auf seinem Abenteuer zu helfen. Und auch, dass Tolkien das eher als Kinderbuch angesehen hat und nicht darauf aus war, einen riesen Epos zu schreiben, merkt man daran, dass, da gehen wir im dritten Teil von diesem Film noch drauf ein, dass er zum Beispiel diesen Krieg am Ende, die Schlacht der fünf Heere, innerhalb von zwei oder drei Seiten beschrieben hat und sein Hauptdarsteller, Bilbo, während der ganzen Zeit der Schlacht ausgenockt war und nichts mitbekommen hat. Der wollte nicht Kindern Krieg glorifizieren und sagen, dass Krieg vielleicht was Tolles ist oder ihm denen überhaupt das zu beschreiben. Gerade auch aus seiner Geschichte heraus, dass Tolkien im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Er wollte das unbedingt unterlassen und hat dementsprechend das Thema nur angerissen und wollte gar nicht in die Richtung dahin gehen. Das hat sich erst später im Heer der Ringe dann entwickelt, den er dann, danach hat er dann den Heer der Ringe geschrieben und da gehen wir in den Film von Heer der Ringe sicherlich nochmal näher drauf ein, wie die Geschichte war. Und hat nachträglich den Hobbit überhaupt erst mit dem ganzen Mythos verbunden und ihn teilweise auch angepasst. Und der ist neu rausgekommen, um das näher an den Heer der Ringe heranzubringen. Also wir müssen uns die ganze Zeit klar werden bei diesen drei Filmen, die rausgebracht worden sind. Das ist basierend auf einem Kinderbuch, das erst mal nichts mit dieser Welt zu tun hatte, 330 Seiten oder so lang ist und für Kinder gedacht war. Und ja, ich möchte dich sofort noch mal kurz was sagen lassen. Die Produktion des Ganzen hat auch gezeigt, dass die Filme eigentlich in eine ganz, ganz andere Richtung gehen sollten. Du, ich lausche dir ganz gespannt und das ist ja auch, sag ich mal, Teil des Podcasts oder Podcast Dynamik, die wir gerade in dieser Reihe jetzt so ein bisschen entwickeln werden, dass ich viel mehr lausche und dann eben auch mal sowas reinschmeiße, wie eben zum Beispiel die Tatsache, dass es halt kein Sequel oder kein nachträglich hinzugefügtes Sequel zum Heer der Ringe ist, sondern eigentlich, wie du gerade eben gesagt hast, Stand Alone. Und das erinnert mich ein bisschen an, ist es nicht so, dass J.K. Rowling auch Harry Potter eigentlich nur geschrieben hat, weil sie kein anständiges Kinderbuch gefunden hat? Zumindest geht die mehr so an, die ich mich erinnere. Ich glaube, das kann in die Richtung gehen. Bei der Entstehung von den Harry Potter Büchern bin ich nicht so tief drin. Ich kann dir vieles zu der Welt von Harry Potter sagen, aber nicht, wie sie angefangen hat zu schreiben. Ich glaube, die Geschichte geht irgendwie so, dass sie es in irgendwelchen Cafés für ihre Kinder geschrieben hat. Ich glaube, da hast du recht. Das war irgendwie der Hintergrund dessen. Aber ja, bei Tolkien genau das Gleiche. Er hatte viel Spaß an Sprache und viel Spaß an Literatur und hat angefangen damit zu schreiben. Und ja, wo sind wir eigentlich überhaupt in dem Hobbit in dieser Welt? Da gehen wir bei der Story gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber ich glaube es, um zu verstehen, wo dieser ganze Film, wo diese Filmtrilogie herkommt, müssen wir auch nochmal verstehen, wie die Produktion des Ganzen abgelaufen ist. Und da kann ich jetzt auch nochmal so ein bisschen ausholen, was das geht. Da würde ich dich jetzt ganz kurz nochmal ein bisschen einbremsen, denn das können wir gleich, wenn wir auf den Film kommen, kannst du das sehr gerne noch in epischer Breite machen. Weil das bei einem 396 Seitenbuch überhaupt möglich ist, aber hat ja Peter Jackson auch gepackt. Was mich eigentlich viel mehr interessieren würde, was ist eigentlich die Mittelerde? Mittelerde ist eine Fantasy-Welt, die im Kopf von Tolkien entstanden ist. Und die er im Laufe der vielen, vielen Jahre, wo er diesen Epos geschrieben hat, vertieft hat. Also es ist auch wirklich aus seinem Interesse für Sprachen entstanden, um eigentlich auch weniger diese epischen Geschichten daran zu erzählen, sondern diese Welt für sich selber zu erkunden und zu schauen, was ist denn Mittelerde für mich? Was kann ich da machen? Was kann ich denn diesen Völkern für verschiedene Sprachen geben, die ich auch nochmal ausformuliere? Und wie kann ich denn irgendwelche historischen Hintergründe da einflechten? Innerhalb der Geschichte ist Mittelerde, kennen wir drei Zeitalter und das vorherige Zeitalter von Mittelerde, in dem es entstanden ist. Und Mittelerde wurde von quasi auch einem Gott erschaffen. Ganz am Anfang, der mit seinen Untergöttern, ich gehe jetzt nicht auf so die Fachbegriffe, nein, auf die Einur, eine große Musik gespielt hat. Und in dieser großen Musik ist alles passiert und alles geschehen, was jemals sein wird und was war. Und während dieser Musik gab es ein paar Misstöne und es wurde zu einem großen Chaos und dann hat der Gott Ada das quasi wieder eingefangen. Eru, der eine, um zu sagen, ja, jetzt ist es zu Ende und jetzt habt ihr es gespielt, aber alle Töne, die ihr gespielt habt, die sind auch das, was ich möchte und was ich vorhatte. Also alles, was ihr macht, entsteht nicht aus eurem eigenen Willen, sondern es ist alles nur in dem, wie ich es machen möchte. Daraufhin hat er für diese Götter eine Erde erschaffen, eine Welt erschaffen, in der die sich erstmal austoben konnten. Und im Prinzip alles nachspielen, was in dieser großen Melodie der Einur am Anfang der Welt passiert ist. Und im Zeitalter, bevor irgendwelche Lebewesen da waren, haben diese Götter diese Welt geformt, bis dann die ersten Lebewesen aufkamen, die Elben, mit denen die einige Zeit verbracht haben. Es gab ein paar Verwirfnisse, ein paar komische Sachen, die da passiert sind und auch einer der Götter, der böse geworden ist, hat dafür gesorgt, dass diese Welt dann im ersten und zweiten Zeitalter ganz viele Veränderungen durchmacht hat. Sodass sie mehr oder weniger von einer flachen Scheibe, wenn man es so sehen will, dann am Ende zu einer Kugel im Universum geworden ist. In der das meiste, was wir aus den Filmen kennen, im sogenannten dritten Zeitalter stattfindet. Vor den ganzen großen Kriegen und vor dem eigentlichen Bösewicht, der der Boss mehr oder weniger von Sauron war, Melkor. Oder Morgoth, auch mit verschiedenen Namen. Da merkt man schon wieder, was für eine Vorliebe Tolkien für einen Namen hatte. Und wir sind jetzt in dem dritten Zeitalter angekommen, in dem schon sehr, 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 sehr viel passiert ist. Und in dem, ja, viele Völker und viele Lebewesen verstreut und nicht geeint leben. Und jemand wie Sauron die Möglichkeit hat, hier wieder ein bisschen Chaos zu stiften. Und vor allen Dingen der Hobbit. Die Hobbits an sich sind ein kleines Volk, was im Auenland, im Westen dieser Welt liegt, am Rande des Meeres. Und die quasi mehr oder weniger das idyllischste Leben überhaupt haben, wo unser Hauptdarsteller dann in die Ereignisse, die Weltereignisse eingesogen wird im Laufe der Geschichte und der nächsten vielen, vielen Jahre. Mhm. Das heißt also, um dann diesen Themenkomplex mal dann auch abzuschließen, die Serie, derer wir dann im September, Oktober gewahr werden, die spielt weit, 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 weit vorher. Tausende Jahre vorher. Naja, tausende Jahre geht so. Also die Zeitalter haben, die können ein paar tausend Jahre alt gewesen sein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich werde mein Wissen bis zur Serie nochmal wieder auffrischen. Aber ja, es ist in der Tat so, dass die Serie wohl im zweiten Zeitalter stattfinden soll. Dort ist die Erde schon nicht mehr, wie sie vorher war. Ähm, sie wurde umgeformt, ähm, und es geht um die großen Menschen, die versuchen, nach einer riesigen Schlacht, ähm, ihr Leben zu führen und die dann von Sauron verführt werden, der noch immer sein, sein, sein Unwesen treibt in Mittelerde. Ähm, und dabei in die Fänge der Ringe der Macht geraten, die, ähm, der große Meister erschaffen hat. Mhm. Vielleicht, was wir auch noch klären müssten, ist, wenn wir jetzt dann hier über den und die anderen fünf Filme dann noch sprechen, und dann vielleicht auch die Serie, das ist ja dann ähnlich wie bei Game of Thrones, wir sollten uns vielleicht mal drauf einigen, nehmen wir die englischen oder die deutschen Namen? Ich bin wahrscheinlich ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Du weißt, dass ich ein totaler, ähm, Original-Language-Nerd bin. Allerdings muss ich sagen, dass ich bei Herr der Ringe, ich hab immer nur die deutschen Versionen vom Herbert und Herr der Ringe gelesen. Ich hab auch mit den deutschen Filmen angefangen. Irgendwann später hab ich die öfters dann auch auf Englisch gesehen, dementsprechend kenn ich beide Versionen von Namen, aber ich glaub, wir können größtenteils, äh, bei den deutschen Bezeichnungen bleiben für alles, was wir hier besprechen. Gut, dann bleiben wir dann dabei, also für alle, die das jetzt hier, äh, dann auch weiterhören wollen, wir werden also von Bilbo Beutlin und nicht von Bilbo Baggins reden. Es ist auch das Auenland und nicht eine Scheier. Genau, ja, und so weiter und so weiter. Also wir gucken, dass wir da zumindest mal so ein bisschen bei den deutschen Namen bleiben. So, dann? Das geht übrigens, ähm, es gibt nämlich auch von Herr der Ringe mehrere Sprachversionen, also von dem Buch mehrere Übersetzungen. In den, ich glaube, schlag mich tot, 60ern hat ursprünglich mal Margret Corot das Ganze übersetzt und das war viele Jahrzehnte die Übersetzung, die einfach für die Fans da waren und die die kannten, die auch Bilbo Beutlin und ähnliches schon gehört haben. Und Herr, Herr Bilbo, wie Sam das zu seinem Boss mehr oder weniger sagt, war das Sprech der Fans dafür. Ähm, um die zwei, äh, Jahrtausendwende, ähm, ist dann jemand dahergekommen, ähm, der nennt sich Wolfgang Kregel und hat angefangen, das Ganze neu zu übersetzen in einen etwas moderneren Duktus, ähm, was bei vielen Fans nicht gut angekommen ist. Da sagt zum Beispiel im Herr der Ringe die meiste Zeit Sam zu seinem, äh, zu Frodo Chef anstatt Herr Frodo. Und, äh, oft ist diese Übersetzung ziemlich verpönt. Man findet beide Übersetzungen und ich glaube mittlerweile ist in den, äh, Büchereien und in den Buchläden immer wieder mehr die Version von der Margret Corot zu finden. Aber es gibt durchaus diesen Zwiespalt, ähm, welche Übersetzung jetzt der bessere ist. Auch hier beim Hobbit gibt es mehrere Übersetzungen. Ich hab jetzt die Übersetzung, ich glaub der Kregel hat das auch nochmal neu gemacht, ich bin mir grad nicht sicher. Aber ich hab die, äh, Übersetzung von Walter Schärf, auf die ich mich beziehen werde. Dann hat man aber bei der Übersetzung der deutschen Synchro des Films sich dann an die von der Margarete gehalten, denn da ist es ja aber vom Herrn Frodo die Rede. Genau, weil das auch die Version ist, mit denen alle aufgewachsen sind und die alle aus den Büchern kennen. Also die, die neue Version gab's wirklich um die Jahrtausendwende herum und da sind viele Fans auf die Barrikaden gestiegen. Ja, also dann versuchen wir uns mal ein bisschen daran zu halten. Ich hab das am Rande mitgekommen, bekommen, dass das ein Riesenthema war. Aber wie gesagt, ich bin ja da in diesem Fandom einfach nur, ja, interessierter Zuschauer am Rande. Alles andere wäre völlig übertrieben, aber vielleicht ist das ja so ein bisschen die interessante Dynamik, die in dieser Podcast-Reihe dann da entstehen wird. So, und jetzt haben wir also uns dafür entschieden, dass wir sozusagen die Geschichte chronologisch erzählen. Deswegen beginnen wir jetzt heute mit dem Hobbit, eine unerwartete Reise und nicht mit Herr der Ringe, die Gefährten. Trotzdem kann das eine nicht ohne das andere sein, denn man hat ja im Grunde genommen den Hobbit ja nur verfilmt, weil der Herr der Ringe so ein Erfolg war. Jein, also sagen wir mal so, sagen wir mal nicht nur so, es war so, dass Peter Jacksons ursprünglicher Plan war, auch den Hobbit mit zu verfilmen. Und ich glaube, Herr der Ringe sogar nur in zwei Filme reinzupacken, wenn ich mich recht erinnere. Ja, sollten erst zwei werden, ja. Genau. Besser wäre es auch gewesen. Ja. Und hier sind wir auch bei einer ganz interessanten Geschichte, was das überhaupt das Verfilmen der Ganzen angeht. Ja, der Herr der Ringe hat dazu geführt, dass der Hobbit umgesetzt werden sollte. Und Peter Jackson wollte das auch ganz, ganz lange machen. Und irgendwann wurde auch diese rechte Situation geklärt, weil es gibt ja die Filme aus den 80ern, ich glaube es sind 80er, wo die draus waren und die wurden nämlich von United Artists durchgeführt. Tolkien wollte selbst eigentlich nicht unbedingt das Ganze verfilmt sehen. Er hatte nun aber das Problem, dass er ein paar finanzielle Sorgen hatte, gerade auch, weil seine Frau krank war und er halt Kohle brauchte. Und dementsprechend hat er irgendwann die Rechte auch verkauft. Und die sind dann bei United Artists gelandet, die irgendwie dann noch mit MGM zusammenhingen und kurz bevor dann wirklich der Herr der Ringe gedreht wurde, wurden Teile dieser ganzen rechte Geschichte aufgelöst. Und das nächste ist einfach, der Herr der Ringe war unglaublich erfolgreich. Ich meine, nach 20 Jahren sind diese Filme einfach absolute Klassiker, die Leute teilweise zu Weihnachten mehrfach gucken, immer noch nach 20 Jahren. Es ist ein ähnliches Phänomen entstanden, wie es zu seiner Zeit bei Star Wars war. Und ja, deshalb wollte man auch natürlich weiter mit den Hobbit gehen. Es gab noch ein paar rechte Geschichten, die dazwischen waren, aber ein großes Hindernis, was dazugekommen ist, ist, dass Peter Jackson sich von New Line, die am Ende die Rechte auch an dem Ganzen hatten und das vertrieben haben, den Herr der Ringe, hat betrogen gefühlt nach dem Erfolg der drei Filme. Also er hat nicht gedacht, dass er alles Geld bekommen hätte, was ihm eigentlich zustehen würde. Also gab es einen großen Gerichtsstreit, wo er sich das erstritten hat, dass er einiges von den fetten Einnahmen reinbekommt. Und deshalb war New Line aber derart angepisst auf Jackson, dass die eigentlich nie wieder mit ihm zusammenarbeiten wollten. Und deshalb war auch jahrelang nicht mehr unbedingt der Hobbit auf dem Plan drauf, den umzusetzen. Nun, gut, MGM, die auch hinter New Line steckten, die sind in dieser Zeit in ziemliche Bedrängnis gekommen. Und mittlerweile weiß man ja auch, Amazon hat MGM gekauft und dementsprechend auch die ganzen Rechte an den Herr der Ringe und Hobbit Filmen. Und deshalb musste New Line ein bisschen Cash reinbringen. Warner wollte das Ganze umsetzen in Verbindung mit New Line, hat dann sich noch ein bisschen Unterstützung von MGM geholt. Und das war halt dieses Dreigestirn, die das dann am Ende produzieren wollten. Und die haben sich darauf eingelassen, wegen diesen finanziellen Nöten, dass zumindest Peter Jackson das Ganze produzieren sollte. Zusammen mit Fran Walsh, die auch eine Produzentin und Mitautorin bei den Herr der Ringe Filmen war. Aber Jackson sollte nicht der Regisseur für das Ganze werden. Wollte er auch nicht. Er hat selber gesagt, er hat drei Jahre, er hat etliche Jahre in dieser Welt gelebt und ist jetzt erstmal ganz froh, das irgendjemand anders in die Hand zu geben. Ob das so ganz gestimmt hat, weiß man nicht. Dementsprechend haben sie sich wen reingeholt, der gerade zu der Zeit unglaublich erfolgreich war. Und das war der Guillermo del Toro. Der kam gerade von seinem Erfolg aus Pans Labyrinth raus und war auch sonst gerade so der heiße Scheiß in Hollywood, dass das anging. Der hatte also entsprechend die richtige Sprache dafür. Da haben sie sich entschieden, nehmen sie ihn dafür. Und haben dann 18 Monate lang mit ihm zusammen nicht drei Filme, sondern zwei Filme entwickelt. Und der war ganz Eis dahinter. Er hat auch Tolkien verstanden und hat auch gesagt, okay, wir können keinen Herr der Ringe daraus machen, weil der Hobbit kein Herr der Ringe ist, weil Tolkien was ganz anderes damit vorhatte und weil ich Tolkien einfach ehren möchte mit dem, was da passiert. Also es geht nicht hier um Krieg, es geht um eine fantastische Reise, bei der Leute was von sich lernen und an der sie wachsen. Ähm, ja, entsprechend 18 Monate lang Entwicklung. Das Ganze sollte zwei Filme sein. Der erste Film sollte den größten Teil des Hobbits-Buches ab, äh, ja, ab frühstücken. Quasi, ich glaub, bis zu dem Teil zumindestens, äh, mit der Schlacht der Fünf Heere. Oder ich glaub, sogar zu dem, äh, Punkt, wo der zweite endet, wo, ähm, wo der Drache Smaug, äh, nach Seestadt rüberfliegt und aus, äh, den Berg verlässt. Und der zweite Teil, der sollte dann so ein bisschen das Bindeglied des Ganzen, äh, zwischen Hobbit und Herr der Ringe, äh, äh, sein. Also, ähm, wie hat das bezeichnet? Ich hab's mir hier auf, äh, aufgeschrieben. Es sollte, äh, der Hobbit sollte eine, äh, Story über, äh, Verlust und Unschuld sein, ähm, und sich tonal innerhalb dieser zwei Filme in Richtung Herr der Ringe bewegen. Und im zweiten Teil, der auch There and Back Again heißen sollte, ähm, da sollten viele Sachen aus den Anhängen vom Herr der Ringe von Büchern verarbeitet werden. Ähm, sie waren mitten in der Vorproduktion, hatten auch, äh, viel der Requisiten und der Sets schon aufgebaut, ähm, nur kamen die nicht mit dem Skript voran. Dieses Skript hat sich immer weiter verzögert. Warum, weiß man nicht ganz. Zumindest hat Gemmo del Toro mit Fran Walsh und Peter Jackson zusammen das geschrieben. Ähm, man munkelt so ein bisschen, dass das Studio nie ganz glücklich damit war, weil's einfach nicht dieses, dieser ernste Schlachten-Epos aus dem Herr der Ringe, äh, war, den sie am Ende in den letzten zwei Teilen da hatten. Ähm, und das kam irgendwann zu dem Punkt, wo Gemmo del Toro für sich keinen, nicht mehr weitergesehen hat, dass es noch funktioniert. Und dann kommt dieser klassische Satz mit rein, der in Hollywood immer mal wieder aufkommt, kreative Differenzen. Ähm, man munkelt, dass das Studio ihm zu sehr mit reingeredet hat. Er sagte, also der Toro sagte, er möchte aber auch nicht wieder drei Jahre darauf verwenden, sondern sich auch um andere Geschichten kümmert. Was letztendlich wahr ist, ähm, muss man sicherlich irgendwann zwischen den Zeilen lesen. Fakt ist, äh, dass er von heute auf morgen aus dieser ganzen Geschichte der Produktion ausgestiegen ist. Heißt, 18 Monate der Vorproduktion, äh, waren mehr oder weniger zunichte, weil scheinbar das Studio was anderes wollte. Und die auch einen anderen Regisseur brauchten. Die haben auch zwischendurch mal gesucht und gesucht und gesucht und am Ende hat wahrscheinlich Peter Jackson gesagt zu dem Zeitpunkt, ja komm, dann mache ich's doch, weil ich möchte das Projekt nicht ganz gegen die Wand fahren. Die haben da eingestimmt und, ja, sind recht schnell in den eigentlichen Dreh reingesprungen. Problem, ähm, die haben ihm nicht noch mal 18 Monate gegeben, weil MGM und Uline echt extrem in den roten Zahlen drin waren und sich eigentlich von dem Hobbit den schnellen Erfolg gehofft haben und richtig Millionen damit reinspülen wollten und nicht Millionen verprassen. Und so hatte Peter Jackson keine Zeit, um irgendwas vorzubereiten. Also 18 Monate waren weg, die hatten plötzlich eine ganz andere Vision für diesen, äh, Film und man munkelt, dass er innerhalb von drei Monaten was auf die Beine stellen musste, um mit dem Dreh anzufangen. Äh, wobei, um, ja, Budget zu sparen und nicht zu sehr noch weiter in der Vorproduktion zu hängen, es am Ende nicht zwei Filme, sondern drei Filme werden sollten. Also zwei Filme, die den Hobbit beinhalten und der dritte Film, der auch wieder das Bindeglied zwischen dem Hobbit und dem Herr der Ringe sein sollte. Ähm, aufgrund der ganzen Problematik und dass die so viel neu machen mussten und keine Zeit dafür hatten und der Studio einfach Geld brauchte, ist es am Ende wahrscheinlich dazu gekommen, dass die gesagt haben, okay, dann machen wir drei Filme nur über den Hobbit, weil bringt viel Geld und wir müssen so langsam damit fortschreiten. Und da sind wir nämlich in dem Moment angekommen, wo dann wirklich angefangen wurde, den Hobbit zu drehen, mit so gut wie keinem Skript, mit Schauspielern, die gerade erst gecastet, äh, worden sind und auch nicht der Vision an Sprachen, die irgendwie Del Toro und, äh, Peter Jackson vorher mal hatten. Ähm, und Sets, die übrigens auch ein paar Monate vorher schon komplett abgebrannt waren, sodass die die neu aufbauen mussten, äh, sodass viel in diesem Film nicht mehr über klassisch Animatronik und Sets und sowas gemacht wurde und Background-Paintings, sondern dass man zur Not, äh, sagen musste, ja, wir haben ja Computer und dadurch können wir jetzt Computer auch nutzen, ähm, und haben es entsprechend auch gemacht. Also es geht noch ein bisschen weiter, aber ich lasse dir auch noch mal ein bisschen Luft reinzufragen und nachzufragen. Alles gut, die Verweildauer in den Statistiken der Podcast-Apps wird uns zeigen, wie deine Monologe beim Hörer ankommen. Ich muss auch zwischendurch mal was trinken. Ja, er hat ja sich dann Hilfe gesucht beim Drehbuch und das verwirrt mich dann umso sehr, umso mehr und ich glaube wirklich, dass es dann am Ende einfach der Zeit geschuldet war und dem We-Fix-It-In-Post-Attitude, denn er hat sich ja mit Fran Walsch, seiner Ehefrau, und mit Philippa, ähm, Boyenz ja das Team auch geholt, mit dem er ja auch die Herr-der-Ringe-Filme gemacht hat, die ja nun nachweislich auch was PASIC, was Skript-Dialoge etc. angeht, fast keine der Schwächen aufweist, die diese Hobbit-Triologie aufweist. Das verwundert dann am Ende noch ein bisschen umso mehr. Kleiner Funfact am Rande, während du über Peter Jackson und seinen Rechtsstreit gesprochen hast, damit er da noch ein paar Millionchen gekriegt hat, das hätte er sich am Ende des Tages auch sparen können, denn seit einigen Tagen ist Peter Jackson jetzt auch im Club der Milliardäre, denn er hat im November 2021 seine Anteile an Veta Digital verkauft für ungefähr 1,5 Milliarden Dollar und deswegen ist er jetzt auch auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt, weil er jetzt ein Milliardär ist, ganz offiziell. Tja, passiert. Für den Herr-der-Ringe hatten die übrigens, ich glaube sogar ganze drei Jahre zur Vorbereitung. Drei Jahre lang konnten die sich Zeit lassen, alles sich durchzudenken und vorzudenken, wie es nur geht. Und ich meine, du kennst das... Umso schlimmer ist es, was dann rauskommt. Ja, also beim Herr-der-Ringe, nicht beim... Ach so, beim Herr-der-Ringe, ja, okay, ja, okay. Und dementsprechend, wir kennen das ja aus Projekten, entweder hat man die Zeit, vorher was zu machen oder man fixt alles, während es live geht, so ungefähr. Und das war jetzt leider hier der Fall, dass sie alles fixen mussten, während es live ging und während sie gedreht haben. Peter Jackson war bei diesem Dreh völlig verzweifelt. Der hat 21-Stunden-Tage durchführen müssen, ohne Witz. Der hat drei Stunden pro Tag geschlafen, weil er jeweils nach einem Drehtag sich hinsetzen musste mit seinem Drehbuch-Team und die nächsten Seiten im Skript schreiben musste. Die haben viel gedreht, ohne dass überhaupt irgendein Skript vorlag. Okay. War das die Zeit, als er so unglaublich viel zu oder abgenommen hat? Naja, der hat ja in der Zwischenzeit, glaube ich, viel abgenommen. Viel abgenommen, ne? Und da hat er wieder dann zugelegt, zu der Zeit. Man hat, und das ist das Faszinierende, wenn man sich so ein bisschen die Produktions-, die Background-Videos anschaut, weil jeder der Herr-der-Ringe- und Hobbit-Filme hat ja Stunden über Stunden an Making-of-Material. Und in diesem Making-of-Material wird teilweise kein Blatt vor den Mund genommen. Also der Typ, der Boss von Weta-Workshops sagt in diesem Behind-the-Scenes, dass die quasi den Zug in voller Fahrt die Gleise vor die Lok gelegt haben. Das war so, die hatten keine Zeit wie Herr-der-Ringe, schön Bilder zu machen, wie sie mit tausenden von Requisiten da rumgepost haben. Die mussten alles on the go machen, quasi on the fly, ohne dass irgendein Stand da war. Und dass zumindest ein gewisser kleiner Plan da war, merkt man noch im ersten Teil. Aber im zweiten und dritten Teil, wo wir ja auch noch mal einzeln drüber sprechen werden, da geht das alles so langsam in den Bach runter und merkt einfach, wie die gerudert sind in dieser Produktion und was einfach so schlimm war. Wenn ihr dem Ganzen folgen wollt, dann empfehlen wir euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr es natürlich auch wollt, die Hobbit-Box mit den Extended Editions auf Blu-ray, die bekommt ihr aktuell bei eigentlich jedem Online-Händler oder auch in den Elektromärkten eurer Wahl für ungefähr 25 Euro. Das ist im Moment eigentlich so der beste Deal, wie man die drei Hobbit-Filme bekommen kann als Extended Edition. Das Gleiche gilt auch übrigens für den Herr-der-Ringe. Auch den gibt es für ungefähr 25 Euro als Dreier-Set mit den Extended Editions. Und ja, wenn man sich das anschaut, da ist wirklich eine Menge dabei. Also alleine die erste Fassung der Extended ist gar nicht mal so viel länger. Sie ist im Vergleich zu den Herr-der-Ringe-Filmen, die ja dann locker noch mal eine halbe Stunde drauf gekriegt haben, reden wir hier eigentlich nur von insgesamt zehn Minuten mehr. Das sind auch keine großartigen Handlungsstränge, die da mehr dazu kommen, sondern eher Szenen, die einfach ein bisschen länger sind. Aber man hat insgesamt doch drei Blu-rays, die hier also komplett voll sind mit Anhängen. Und zwar das bei jedem Film. Also von daher, wer sich da noch tiefer reinfuchsen will, der kann das gerne machen. Was man leider nicht machen kann, und das war wirklich ein bisschen schade, ist, dass man die Filme nicht schauen kann und die Untertitel des Audiokommentars einblenden. Das ist ehrlich gesagt immer ein bisschen unglücklich. Denn man muss also den Film schauen und den Audiokommentar von Peter Jackson und Co. mitlaufen lassen als Audiospur und kann dann dazu Untertitel einstellen. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn man den Film einfach schauen kann und nebenher aber die Untertitel der Audiospur vom Audiokommentar einblenden kann. Geht hier leider nicht, aber das nur mal so ganz am Rande. Ja, ich kann auch durchaus empfehlen, wer die nicht hat, sich einfach mal bei YouTube ein bisschen umzusehen. Nicht um die Filme zu schauen, sondern um ein bisschen von der Produktion mitzubekommen. Es gibt eine wunderbare, einstündige Fan-Dokumentation zu den Problemen, die hinter der Produktion und hinter den Rechten vom Hobbit standen. Also sehr empfehlenswert, da reinzuschauen. Und ich selber muss sagen, ich habe den Hobbit, den ersten Teil im Kino gesehen, den zweiten und den dritten Teil auch. Als die Extended raus waren, war ich als klassischer Fan auch vorne mit dabei und habe mir vom 1 und 2 die Extended angesehen. Bin bei der zweiten Extended eingeschlafen und die dritte hängt bei mir seitdem in verschiedenen Versionen im Regal rum und ich habe mir vom dritten Film noch nicht getraut, die Extended anzusehen. Und ich werde den auch erste Mal seit dem Kino dann demnächst wieder gucken und schauen, ob ich ihn immer noch so katastrophal finde. Mir ging es da ehrlich gesagt ähnlich, wohingegen ich die Extended Edition des Herr der Ringen sehr oft schaue, habe ich jetzt ehrlich gesagt die Extended Editions vom Hobbit nur der Vollständigkeit halber gekauft. Hatte die vom dritten Teil gar nicht mehr gekauft, auch ein bisschen vergessen und dann festzustellen, dass ich sie gar nicht mehr einzeln bekomme oder nur noch für 25 Euro einzeln, wo ich dann jetzt eben zu dieser Box gegriffen habe und mir Teil 1 bis 3 halt nochmal geholt habe und jetzt geht halt 1 bis 2 irgendwie auf 5er bei Ebay raus oder so. Müssen wir mal gucken, was ist das letzte Preis. Ich hatte übrigens sehr, sehr viel Glück, was das anging. Vor ein paar Jahren gab es für die Blu-Ray-Version eine Ultimate, Mittelerde Ultimate Collector's Edition. Ich glaube, so hieß das Ding. Das war eine Edition, die in einem wunderbaren kleinen Holzregal kam, wo ein ledergebundenes Buch mit Skizzen noch dabei war. Und das Ding ging, glaube ich, über den Ladentisch für so ungefähr 250 Euro. Zu der Zeit war die Plattform MyDeals noch nicht überlaufen und man konnte noch auf Preisfehler eingehen. Und aus irgendeinem Grund habe ich es dann nachts um 0 Uhr mitbekommen, dass das Ding als Preisfehler bei Amazon drin war, dass man zwei zum Preis von einem bekommen hat. Direkt zugeschlagen, ich habe zwei von diesen Ultimate Boxen bekommen, die eine verkauft und quasi das Ganze dadurch umsonst bekommen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr edle Edition. Ich glaube, ich mache mal ein Foto davon, dass wir das hier in den Beitrag zu dem Podcast mit reinschmeißen. Aber ich habe zwar mittlerweile auch die 4K-Version des Ganzen, zumindest vom Herr der Ringe, vom Hobby habe ich es nur digital in so einem Pack bei iTunes mir geholt. Und ich glaube, ich werde diese Box nie loswerden, weil mittlerweile geht die, glaube ich, für über 400, 500 Euro bei Ebay weg. Ach, schau an. Okay, ist es doch nochmal was, wo DVD- und Blu-ray-Boxen als Sammler-Edition dann doch tatsächlich mal was wert werden und nicht nur Staubfänger sind. Eine der letzten, würde ich behaupten, was das angeht. Aber die sind, das ist echt edel. Also wie gesagt, das ist so ein kleines Holzregal. Da stehen die Filme in sechs Boxen drin. So ein bisschen sieht es aus wie der alte Brockhaus in so einem braunen Leder eingebunden. Und man klappt die dann wie ein Buch auf und hat dann auch fette Seiten mit Illustrationen, wo dann die Scheiben dazwischen sind. Und es sieht in meinem Bücherregal mehr aus wie die Bücher als wie eine DVD- und Blu-ray-Kollektion. Ja, worauf ich gerade noch hinaus wollte, war nämlich, bevor wir dann irgendwann auch mal zur Handlung und zum Film selber kommen, ist aber trotzdem noch so ein kleiner technischer Aspekt. Denn dieser Film hat auch technisch durchaus was versucht. Er hat nicht nur versucht, 390 Seiten auf neun Stunden auszudehnen. Nein, er hat auch technisch was versucht. Und das war etwas, das weiß ich noch im Kino. Ich habe ihn nämlich in der schlechtmöglichen, also Peter Jackson wollte, dass ich das so gucke. Aber ich fand es die schlechtmöglichste Version, die es gab. Ich habe ihn nämlich als 3D-HFR-IMAX gesehen. Und es war eine absolute Vollkatastrophe. Aber es war die vom Studio empfohlenste Version, ihn zu gucken. Es würde das Kino revolutionieren. Es war eine absolute Katastrophe. Es war schrecklich. Ich habe gedacht, ich gucke GZSZ. HFR habe ich auch danach nie wieder großartig wahrgenommen. Warum hat es sich erledigt gehabt mit diesen Filmen? Nicht ganz. Nicht ganz. Es wird noch mal kommen. Wahrscheinlich. Und zwar bei den Avatar-Filmen. Die ja auch Sequels werden sollen. Ja, das hat auch mit der Produktion zu tun. Also irgendwie musste man vieles umgehen. Und dann wollte Jackson ja doch so ein paar Sachen noch ausprobieren. In der Technik hat er wirklich einiges revolutioniert. Er hat nämlich zwei fette RED-Kameras genommen. Ich weiß nicht mehr, wie die genaue Bezeichnung war. Aber der Hersteller war RED 4K. Um 3D wirklich in 3D zu produzieren. Er hat zwei nebeneinander in einem Abstand, der ungefähr dem Augenabstand entspricht, genommen. Und hat dann gleichzeitig auch noch in diesem 48-Frame-Format das auch genommen. Wo die sich zumindest erhofft haben, dass es was Revolutionäres wird. Leider entspricht das absolut nicht den Sehgewohnheiten eines normalen Filmguckers. Und auch mit Gewöhnung daran entspricht das weiter nicht dem. Und durch diese extra Schärfe und durch diesen Realitätskrater, der dazukommt, sieht leider alles aus wie abgefilmte Sets, die es ja natürlich sind. Und digitale Effekte sind katastrophal, wo jeder Fehler in diesen digitalen Effekten direkt zu sehen ist. Ich habe mich damals, als es rausgekommen ist, war ich noch sehr optimistisch und habe gesagt, boah, das wird bestimmt geil. Das könnte interessant werden. Und ich saß auch im ersten Hobbit da und dachte in dem Moment, wo ich es mir geschaut habe, genau auch in 3D und HFR, Ja, ist das was, wo ich mich so dran gewöhnen muss? Es ist schon plastisch und auch so ein Gollum, der da auftritt. Der Gollum, der sah fantastisch aus. Aber alles andere, das hat einen echt rausgerissen, als wäre es so eine Theaterproduktion gewesen. Ganz genau. Und du hast wirklich die Pappmaché-Wände einfach förmlich greifen können als Pappmaché-Wände. Im zweiten Teil war das noch schlimmer, als Gandalf dann in dieser Festung da rumrennt, von dem Necromancer, kommen wir dann im nächsten Podcast dazu. Aber das war wirklich grausam. Dazu kam noch die Krümmung der IMAX-Leinwand in Verbindung mit dem 3D, die dann dafür sorgte, dass die Ränder komplett unscharf waren, weil da halt der 3D-Effekt der Brille nicht mehr gegriffen hat. Das heißt, du wusstest die ganze Zeit den Kopf hin und her. Es war Katastrophe, absolute Katastrophe. Und ein Look wie von GZSZ, wie auf Video gedreht. Und ja, auch da könnt ihr mal bei YouTube einfach mal schauen. HFR, Why It Sucks, gibt es eine Menge Videos dazu. Kurzfassung ist eben, es wird mit der doppelten Bildzahl aufgenommen als üblich, nämlich mit 48 Bildern pro Sekunde als 24 Bilder. Video hat ungefähr 30 Bilder. Und da muss man dieses Bild im Nachhinein beim Abspielen wieder beschleunigen. Und dadurch entstehen sehr, sehr krude Effekte. Das war jetzt so die Kurzfassung dazu. Also, ihr merkt schon, wir haben ungefähr eine Stunde gequatscht und haben noch nicht einmal über den Film gesprochen. Das ist erfahrungsgemäß nach fast acht Jahren Podcast nie ein gutes Zeichen, dass der Film irgendwie was taugt. Und jetzt lass uns dann doch mal ein bisschen chronologisch durch den Film hüpfen, wenn dir nicht vorher noch irgendwie was einfällt, was man unbedingt wissen müsste, bevor wir das jetzt tun. Naja, ein letzter Satz zum Thema HFR. James Cameron wird es wirklich versuchen. Ich glaube, James Cameron wollte sogar auf die 60 Frames draufgehen und nicht die 48, was das angeht. Ich bin gespannt, ob die Avatar-Filme in der Tat noch damit rauskommen. Weil damals war ja auch ein großes Problem bei den Kinos, dass viele Leinwände und viele technische Ausstattungen das gar nicht zugelassen haben, dass sie es überhaupt abspielen konnten. Und so waren dann manche katastrophale Projektionen, dass sie wirklich diese 48-Frame-Versionen auf dem Projekt da abgespielt haben, der das einfach technisch nicht konnte und das noch schlimmer aussah. Ja, also steigen wir ein in die ersten knapp 100, das muss ich gerade eben noch mal schauen, ich glaube 170 Minuten in der Extended-Version, nein, 180 Minuten in der Extended-Version und 160 Minuten in der Kurz- oder 169 Minuten inklusive Abspann in der Kurz-Version. Man hat insgesamt, dass ihr das auch noch mal wisst, ungefähr 20 abweichende Stellen mit ein bisschen Alternativmaterial. Es gibt zwei Lieder, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Ansonsten war eigentlich die Gang wieder zusammen. Wir haben ja schon gesagt, Peter Jackson hat Regie geführt, Howard Shore hat wieder die Musik beigesteuert, auch was die Ausstattung angeht und so weiter. Da war eigentlich die alte Herr-der-Ringe-Gang zusammen und man hat ja dann auch gleich am Anfang uns erst mal abgeholt. Denn wir werden erst mal, nachdem wir dann noch mal Ian Holm als Bilbo Beutlin gesehen haben, werden wir ja erst mal abgeholt mit locker einem 20-minütigen Epilog über die Zwerge. Und da war meine erste Notiz, die ich mir aufgeschrieben habe, Eribor ist nicht Moria. Aber Zwerge sind schon Zwerge. Oder gibt es eigentlich zwei Arten von Zwergen? Gibt es die Großnasenzwerge und die Menschenzwerge? Oder waren das einfach Verträge bei den Schauspielern, wo sich manche hat reinschreiben lassen, ich möchte nicht hässlich gemacht werden? Das ist ja auch so eine Sache. Gemero del Toro, der wollte, oder Guillermo del Toro, ich sage den ersten Namen, glaube ich, immer falsch, Guillermo del Toro. Sag doch einfach Wilhelm. Wilhelm del Toro, ich sage nicht einfach Wilhelm del Toro. Wilhelm del Toro, der wollte halt die Zwerge auch wie Zwerge aussehen lassen und hatte auch ein paar Schauspieler im Sinn, die gerade für so einen Thorin, wie so einen Zwerg gewirkt haben. Also in der Welt von Tolkien gibt es eine Art von Zwergen. Nicht wie es verschiedene Menschenabstammungen gibt und verschiedene Elbenabstammungen und sowas, Völker, ist bei den Zwergen das eigentlich immer relativ gleich geblieben. Ja, die einen Zwerge kamen aus den blauen Bergen und die anderen Zwerge kamen da und daher. Aber letztendlich ist das Zwergenvolk immer relativ gleich porträtiert worden. Und das mit den blauen Bergen war jetzt gerade kein Witz. Es gibt ja noch dieses Kinderlied von den blauen Bergen kommen wir, auf das man dann irgendwas reimt. Erebor ist in den blauen Bergen. Das ist bei den Blue Mountains. Dementsprechend passt das. Also der einsame Berg liegt in der Ecke, wo auch die blauen Berge sind in der Karte von Mittelerde. Und Moria war dann halt eine Konkurrenzstadt oder auch eine Zwergenstadt. Da muss ich fürs nächste Mal noch mal mehr lesen. Im Film war es, glaube ich, so, dass sie ursprünglich in Moria waren. Ich glaube, die Historie ist es. Ursprünglich haben sie in Moria sich alles aufgebaut. Dann wurden sie aus Moria vertrieben, weil sie zu tief gegraben haben. Dann waren sie in den blauen Bergen und daraus wurden sie dann von Smaug vertrieben. Aber ich möchte jetzt nicht lügen. Ich werde fürs nächste Mal noch mal genauer nachschlagen, wie die Historie der Zwerge ist. Also es gibt auch einen ganz klaren Pfad. Aber dementsprechend Erebor, die blauen Berge, sind ein Standpunkt für die Zwerge. Und Moria ist quasi diese Riesenstadt, das Riesenbergwerk, wo auch andere Zwerge dann gewohnt haben. Und später das wieder eingenommen haben und dieses dann wieder bis zum Herdering verloren haben. Die Zwerge haben nicht wirklich Glück mit der Wahl ihrer Heimstatt. Nein, nein, nein. Ich meine, da wird ja ganz großer Fokus in diesem Prolog auch draufgelegt, dass die Zwerge quasi heimatlos sind. Ja, warum sind sie heimatlos? Weil der König Thor, der Opa von Thorin Eichenschild, der hat nämlich, also nicht er selber, sondern einer seiner Bergleute, hat den Arkenstein gefunden. Und der hat sowieso ein bisschen einen an der Marmel gehabt, der Thorin war so ein bisschen goldsüchtig. Und vor allem war er ganz süchtig in diesen Arkenstein. Jetzt hat Gold aber in Mittelerde ja eine unangenehme Eigenschaft. Es zieht nämlich Drachen an. Und als dann die Zwerge zu reich geworden sind, kam dann eben der Feuerdrache Smaug, hat erst mal die Seestadt platt gemacht und sich dann des Schatzes bemächtigt. Und jetzt ist der Drache, auch wenn man ihn in diesem Teil nur ganz kurz im Anschnitt und noch nicht komplett zieht, natürlich gegen so ein paar Zwerge dann durchaus etwas im Vorteil, weil er Land- und Luftstreitkräfte in sich vereint und hat halt die Zwerge mal kurzerhand rausgeschmissen. Und dann sind wir schon so bei einem Element, was für mich immer so ein Bruch in der ganzen Sache ist. Denn wir haben hier, wenn auch noch nicht in diesem Teil, ja einen Drachen, der ja schon kinderbuchmäßig handelt. Denn warum sollte ein Drache sich einen Goldhaufen zulegen, dann da drauf einschlafen? Das habe ich eigentlich nie wirklich verstanden. Und es macht in einer, wie soll ich sagen, dieser Film nimmt sich so schrecklich ernst, weißt du? Und das Buch nimmt sich aber nicht ernst. Weil es ja ein Kinderbuch ist. Und das ist ein ganz großes Problem. Das heißt, wir haben hier einen Drachen, der aus einer Motivation haushandelt, die nicht höher ist als bei irgendeinem, die böse Hexe bei Grimms Märchen. Naja, damit kann ich noch leben. Womit ich nicht leben kann, ist mit diesem Prolog. Und dem Versuch, die ganze Story vom Hobbit wirklich auf ein Herr-der-Ringe-Niveau zu heben. Ist es, wie gesagt, nicht. Auch diese ganze Geschichte um Irrboa und wie Smaug die vertrieben haben, hat, das kommt im Buch in einem Lied drin vor, was die Zwerge singen, wie auch in diesem Film, während die bei Bilbo sind. Und dadurch erfährt er davon. Man versucht, durch diesen Epos, der aufgebaut wurde und durch den verlorenen Sohn, mehr oder weniger der Thorin Eichenschild ist, Parallelen zum Herr-der-Ringe zu ziehen, die es eigentlich so nicht gibt. Auch der Arkenstein, der hat nicht so eine dermaßen große Bedeutung im Buch, wie er ihm hierzu geschrieben wird. Ja, der Arkenstein ist was ganz Besonderes und das ist quasi ein wichtiges Erbstück für Thorin, was auch eine seiner großen Motivationen ist, um dahin zurückzukommen. Aber so, wie es hier aufgebaut wird, dass die wie den einen Ring den einen Arkenstein finden, das ist einfach im Buch nicht so. Und da hat man versucht, das Bedeutungsschwanger aufzuladen, um aus diesem Film einen Herr-der-Ringe-Film zu machen und aus den Zwergen Elben. Dieses einfach Elben und Menschen, die sie aber einfach nicht sind. Und man hat ja dann auch hier auch wieder zwei, vor allem zwei Prologe. Man hat ja den Prolog mit den Elben und man hat den Prolog mit Bilbo, während er sich auf seinen 111. Geburtstag vorbereitet, also kurz bevor der Herr-der-Ringe startet und man dann 60 Jahre zurückgeht in die Zeit, wo das Ganze passiert ist. Also erst mal springt man, ich glaube, 100 Jahre zurück oder 160 Jahre irgendwie sowas, bevor der Hobbit anfängt. Sowas um den Dreh, ja. Dann springt man 60 Jahre nach dem Hobbit in die Herr-der-Ringe-Zeit und dann springt man 60 Jahre wieder zurück zum Hobbit hin. Und das kann doch keiner nachvollziehen, der nicht mindestens einmal Herr-der-Ringe geguckt hat. Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was mir halt aufgefallen ist. Aber da hatte man damals wahrscheinlich noch nicht die Technik. Denn wann kam der Film raus? Das ist ja auch schon wieder über zehn Jahre her. 2012 war das. Oder man hat es sich vielleicht dann doch noch verkniffen. Denn was mir halt aufgefallen ist, ist halt wirklich, dass halt Elijah Wood, der ein kleines Cameo als Frodo hat, dummerweise halt auch 15 Jahre älter ist. Und man sieht es ihm an. Auch Ian Holm, ne? Ja, aber bei Ian Holm, ich sag mal, das ist halt ein alter Mann, der war halt 60, jetzt ist er halt 70. Also das geht noch. Was übrigens auch ein sehr nettes Detail ist, Bilbo ist in den Büchern 50 Jahre alt. Was ein sehr junger Hobbit ist, wenn ich mich noch recht entsinne. Nein, also 111 ist schon ein sehr alter Hobbit. Ja, aber als er das Abenteuer erlebt, das meine ich. Ja, als er das Abenteuer erlebt, nee, als er das Abenteuer erlebt, ist Bilbo ein gesetzter Hobbit. Der hat sich eigentlich schon zur Ruhe gesetzt, mehr oder weniger. Und er lebt so ein bisschen seine Frührente, dadurch, dass er einfach viel, viel hat und sich zurücklehnen kann. Und so gut, wie das Casting von Martin Freeman als Bilbo ist, also ich finde, optisch passt der so richtig gut da rein und ist für mich auch der perfekte Bilbo, es ist einfach nicht das Alter aus dem Hobbit. Also es ist, gut, der Hobbit ist auch nicht Hollywood-tauglich, was das angeht. Thorin ist kein Aragorn und Bilbo ist kein Martin Freeman so ungefähr. Ja gut, also Martin Freeman war dann auch schon um die 50 rum. War er da? Ja, nur nicht ganz, 48. Echt? Okay. Ja, dann passt es doch. Dann habe ich nichts gesagt. Er sieht noch sehr jung aus. Nee, Entschuldigung, sorry, ich habe mich verrechnet. Ich habe mich verrechnet, Entschuldigung. 42 war er bei, Entschuldigung, ich habe mich verrechnet. 42. Okay, okay, ja. Ja, nur gut, aber ganz abgesehen davon, ich schlage immer die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich diese Version sehen muss. Ich möchte am liebsten in dem Moment einsteigen, wo auch das Buch einsteigt. Und zwar, wo Bilbo vor seiner Hütte sitzt, vor seinem Hobbit-Haus, vor seiner Höhle sitzt und Rauchringe bläst. Ja, das im Film ungefähr nach 15 Minuten passiert. Und dann kam der erste Dialog, den ich als Kind, da weiß ich immer nicht, ich fand ja als Kind, also weil ich ja nur die ersten Bürgungspunkte mit diesem WDR-Hobbit-Hörspiel hatte, da fand ich halt Gandalf immer blöd. Weil dann hat man ja diesen Anfangsdialog mit dem guten Morgen, wo er dann diese Wortklauberei, wünscht ihr mir einen guten Morgen, weil es ein guter Morgen ist oder wünscht ihr mir einen guten Morgen, weil es ein und so weiter und so weiter. Ihr kennt das. Und das fand ich als Kind so grausam unsympathisch. Da dachte ich mir, boah, was für ein Idiot. Finde ich auch immer noch. Ich kann es hier zitieren. Ich habe das Buch neben mir liegen. Was meint ihr damit? Wünscht ihr mir einen guten Morgen oder meint ihr, dass dies ein guter Morgen ist? Gleich viel, ob ich es wünsche oder nicht. Meint ihr, dass euch der Morgen gut bekommt oder dass dies ein Morgen ist, an dem man gut sein muss? Also das ist doch ziemlich eingebildet, was er da aussehen kann. Genau. Und ich habe mir als Kind immer schon so gedacht, ach komm, halt doch die Fresse. Naja, ich meine, Bilbo antwortet ja auch alles in einem so ungefähr. Jetzt habe ich die Seite wieder weggeschlagen. Aber ja, das ist letztendlich, soll Gandalf ja ein störendes Element hier sein. Und diese Rolle trifft er perfekt. Naja, wir haben ja auch noch immer noch die Sache, dass Ian McKellen als Gandalf hier zurückkommt und auch zehn Jahre wieder älter ist als, oder sogar 15 Jahre älter ist als zu dem Zeitpunkt, wo der Herr der Ringe gedreht hat. Und dass man ihm auch hier ansieht. Er ist halt Gandalf der Graue, nicht Gandalf der Weiße. Aber er ist doch schon ein sehr alt gewordener Gandalf der Graue. Ich finde, er ist auch, er wirkt auch müde. Und da frage ich, habe ich mich den ganzen Film schon gefragt, ist jetzt Ian McKellen einfach müde gewesen? Oder hat er den Gandalf da jetzt so müde angelegt? Aber ich finde in der Rolle nicht, keinen Grund dafür, ihn jetzt so müde anzulegen. Also denke ich mir, da hat er wieder keinen Bock gehabt. Oder ist er wirklich schon einfach, er ist halt auch ein alter Mann, mein Gott, er ist halt wie Patrick Stewart, auch schon damals auch schon 70 gewesen. Seine Story. Auch dazu gibt es eine Story, warum er so wirkt. Im Herr der Ringe hatte man ja noch die Geschichte, dass die mit dieser Perspektive gespielt haben. Dass die wirklich mit Perspektiven gedreht haben. Die haben sich da nicht angeschaut, aber die waren zumindest in einem Raum. Nun hat man im Hobbit so ein bisschen das Problem, dass man 13 Zwerge hat und einen Hobbit, die alle viel, viel kleiner als so ein Gandalf sind. Und gerade die ganzen Szenen im Auenland, in der Hobbit-Höhle, in seinem Backend quasi, ich komme jetzt nicht auf den deutschen Namen, das ist wieder das Englische, ja, musste Ian McKellen viel davon vor Greenscreen drehen. Beutelsend, by the way. Beutelsend, genau, Beutelsend war es. In Beutelsend, die Szenen, die haben die Zwerge und Hobbit, Martin Freeman und die ganzen anderen Schauspieler, zusammengedreht. Ian McKellen durfte das nicht. Und er musste alleine drehen und quasi mit typischen Tennisbällen zusammenspielen. Und das hat ihn fertig gemacht. Der laut Berichten in dem Ganzen, war der psychisch wirklich kurz davor, zusammenzubrechen. Und Ian McKellen hat selber später gesagt, er war kurz davor, nach dieser Tortur, die er da erfahren hat, die Schauspielerei komplett aufzugeben. Weil er spielt mit Menschen und er spielt nicht mit Tennisbällen zusammen, was man absolut verstehen kann. Ich meine, die am Set haben sich ein bisschen gerettet, dadurch, dass die, ich glaube, Ian McKellen Appreciation Week oder so was eingerichtet haben, wo alle ganz, 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 ganz lieb zu ihm waren. Aber ja, das merkt man halt leider auch in diesem Film, dass er schon doch frustriert war, was das anging. Jetzt habe ich gerade überlegt, was beschwert er sich denn? Das kann doch bei X-Men nicht viel anders gewesen sein. Aber, turns out, die meisten X-Men-Filme waren nämlich vor dem Hobbit. Der einzige X-Men-Film, der dann noch danach kam, war X-Men Zukunft ist Vergangenheit. Ja. Deswegen habe ich gerade gedacht, der müsste das doch eigentlich gewohnt sein. Aber nee, und dann war da vielleicht bei diesen X-Men-Filmen auch noch ein bisschen mehr Practical Effects drin. Ja, er ist halt ein klassischer Theaterschauspieler und den kannst du nicht einfach die ganze Zeit solo spielen lassen. Und ja, für uns sind das vielleicht 20 Minuten, in denen das passiert. Aber du musst dir denken, dass so ein Schauspieler da teilweise wochenlang steht, um so was immer und immer wieder zu drehen, ohne dass er eine Reaktion von anderen bekommt und ohne, dass er irgendeine Kommunikation haben kann. Der steht stundenlang da und hält Monologe. Und ich kann es verstehen, dass er in seinem Alter sehr frustriert da war, auf so eine Technik zurückgreifen zu müssen. Ja, also das war so die erste Kontaktaufnahme zwischen Gandalf und Bilbo. Und dann gibt es noch ein bisschen Auenland-Porn. Weil dann einfach mal das Shire-Theme von Howard Shaw mal locker so auf fünf Minuten ausgewalkt wird. Und laut Schnittbericht.com da auch noch mal 70 Sekunden drangehängt wurden, wo einfach nur so Marktszenen im Shire, dann eben so im Auenland dann da so drangehängt wurden, so knapp 80 Sekunden länger. Damit dann da noch ein bisschen was passiert, bevor dann eigentlich so der nächste große Handlungssprung nämlich einsetzt. Nämlich die Vorstellung der Zwerge. Und das stelle ich mir noch mal auf dieses Hörspiel, ihr müsst das wirklich euch reinhören, noch mal mir vorzustellen, dass die da wirklich, ich glaube, jeder Zwerg hat da einen eigenen Sprecher gehabt. Das muss also bumsvoll gewesen sein, damals beim WDR im Studio. Nicht mehr so, wie das Hans-Georg Panczak in unserem Cast erzählt hat, wo ja jeder heute seine Alliance einzeln aufnimmt. Aber damals muss das da wirklich noch bumsvoll gewesen sein. Denn dann kommen nämlich die 13 Zwerge. So, und jetzt, Meister, sag mal alle 13 Zwerge. Jetzt bin ich mal gespannt. Balin, Jbalin, Kili, Firi, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifu, Bofu, Bombur und Thorin. Exakt. Prima. Du hast sie eigentlich. Ich konnte die damals auch runterbeten, aber ich konnte sie unmittelbar vorm Film nicht mehr runterbeten. Naja, gut. Sagen wir mal so, die Namen sind ja schon so angelegt, dass man sie eigentlich runterrattern kann wie so ein Gedicht. Ja, allerdings. Oder fällt mir ein, wir hatten eine ganz andere Geschichte. Wir hatten einen Musiklehrer bei uns im Gymnasium. Und das war irgendwann auf dem Gymnasium, dass man die Tonleiter lernen musste. Mhm. C, D, E, F, G und so. Mhm. Und der hat eine Challenge in den Klassen gestartet, dass man das möglichst schnell hoch und runter leiern kann. Also C, C, D, E, Fis, G, G, S, H, C, C, H, B, As, G, S, F, E, S, C. Du siehst, ich kann es noch umso ungefähr. Das Ganze, wer das Ganze unter zwei Sekunden hinbekommen hat, der hat eine Tafel Schokolade bekommen. Gut, eine Tafel Schokolade war in dem Fall hier so ein Mini-Block, so eine Geschenkschokolade, wo jeder dann enttäuscht war. Aber jeder, der bei uns auf dem Gymnasium war, kann das noch runterrattern bis zum Gehtnichtmehr. Ja, ein Hoch auf das NRW-Bildungssystem. Wann ist Goethe noch mal geboren worden? Naja, just ask, er vergiss es. 1794. Schon gut, ja. Die Antwort würde sie nur erschüttern. Und dann haben wir die nächste, und da habe ich schon so ein bisschen mein Problem gehabt, diese, kommen also dann die Zwerge, die werden ja dann von Gandalf so heimlich eingeladen und dann klopfen die dann der Reihe nach einzeln an der Tür, nicht immer einzeln, manchmal fallen sie auch dann packweise bei Bilbo ein und nisten sich da einfach ein. So, und dann entspinnt sich diese Abendessen-Szene, wo dann schon mal so ein bisschen das Bishop-Briefing stattfindet. Die geht im Film 25 Minuten. Auch das ist noch mal durch den Song noch mal, der Song, ne? Der Song, der geht ja noch, den Thorin da anstimmt. Später haben wir ja noch eine Musiknummer, die geht halt gar nicht. Und auch diese 25 Minuten sind ja größtenteils neben ein bisschen Comedy, wo mich der Martin Freeman sehr an den jungen Pierre Schaar erinnert. Die Älteren werden sich noch erinnern. Es ist halt doch nur ein reiner Exposition-Dump, ne? Ja. Dazu muss ich sagen, das ist eigentlich fast mein liebster Teil in dieser ganzen Filmreihe. Weil die sich so dermaßen dort an das Buch gehalten haben. Die Dialoge sind fast eins zu eins. Und im Herr der Ringe hatte man nur einmal, glaube ich, wo Aragorn ein kurzes Lied angestimmt hat. Dazu muss man wissen, dass in sämtlichen Werken von Tolkien immer wieder diese kurzen Lieder angestimmt werden. Und man teilweise Seiten über Seiten hat, wo es diese Lieder gibt. Das ist im Herr der Ringe in der Adaption verloren gegangen. Ist vielleicht nicht das Schlechteste gewesen. Hier haben sie es mit reingebracht, was ich zumindestens in der Geschichte, in dem Teil in Beutelsend, wunderbar fand. Gerade dieses Lied, was ja dann auch in den Charts von, ich glaube, Ed Sheeran hat es ja gesungen, gelandet ist. Over the Misty Mountains, weit über die kalten Nebelberge zu den Verließen, uralten Höhlen und so weiter und so fort. Das habe ich geliebt. Und ich habe es geliebt, dass sie es so in den Filmen so getreu reingebracht haben. Ja, nach dem fünften Mal gucken, zieht sich diese Szene etwas. Aber als Fan der Bücher war das, auch wenn es vielleicht nicht im Sinne der Geschichte war, dieser ganze Abschnitt totaler Fanservice. Da bin ich vollkommen bei dir. Und jetzt, wo du gerade die erste Textzeile zitiert hast, fällt mir auch wieder ein, dass das auch in diesem Hörspiel sehr, ja, sphärisch vertont war. Also es war wirklich jetzt kein lustiges Liedl, sondern das ist komplett anders, als es jetzt hier im Film ist, aber trotzdem ähnlich in seiner Melancholie. Mehr, ja, mehr Fremder. Also der Song hier ist doch eher so ein klassischer Song, wohingegen das in dem WDR-Hörspiel durchaus ein, auch Fremdklang. Das war mit Folklore, wie die es gemacht haben. Genau, richtig, ja, genau. Das fand ich in der WDR-Hörspielumsetzung, an der Stelle fand ich es etwas langweilig. Also die sind für mich nicht so gut in den Hörspielen rübergekommen. Aber in den Büchern lese ich es halt immer wieder gerne. Und gerade mit dem Hintergrundwissen, ein Aspekt von den Filmen, dass die eine schöne Melodie draus gemacht haben, liebe ich diesen Teil. Für mich ist es ein bisschen zu lang, ganz ehrlich. Und ich habe auch grundsätzlich so ein bisschen ein Problem mit den Dialogen, die Maitre Tolkien da so geschrieben hat, grundsätzlich. Denn das sind halt nicht sonderlich, also ganz selten mal sind es wirklich Dialoge, die sich echt anfühlen. Ich habe gerade eben gesagt, ganz oft sind Dialoge bei ihm halt so Exposition-Dumps, wo einer dem anderen irgendein Märchen erzählt, damit wir jetzt wieder Infos haben, damit es weitergeht. Und hier ist es halt auch so ein bisschen, ja, man braucht das auf jeden Fall, aber du musst dir halt mal vorstellen, wir sind jetzt dann 50 Minuten im Film und es ist im Grunde genommen noch nichts passiert. Ja, aber das ist ja auch wieder das Problem mit diesem Prolog, den wir mit den Zwergen reingebracht haben. Alles, was wir hier in Beutelsend sehen, das wissen wir schon. Das haben wir schon 20 Minuten vorher mitbekommen durch den Prolog. Die wiederholen sich nur. Und damit tut der Film sich nichts Gutes, dadurch, dass er quasi den Fokus von der ganzen Szene, von der Einführung der Zwerge rausnimmt, die in Beutelsend kennengelernt werden, in diesen Herr-der-Ringe-mäßigen Prolog einbaut, doppelt man sich bis zum Gehtnichtmehr. Man hätte exakt eigentlich nach 20 Minuten anfangen können, ein bisschen Shire-Porn und dann damit anfangen können. Und dann hätte ich die Spielszenen aus dem Prolog, die hätte man dann ja praktisch drüberlegen können mit der Stimme von Thorin aus dem Off. Das wäre natürlich klassischer gewesen, aber ich glaube, man wollte einfach, war man halt auch bei der Herr-der-Ringe, in die Gefährten so episch gestartet hat, wollte man das hier einfach auch noch mal machen. Man hat sich nicht getraut, dem Zuschauer mal was anderes zuzumuten. Was eigentlich total dämlich ist, weil der Zuschauer kennt ja die Welt schon, zumindest die meisten. Ja, aber aufgrund des ganzen Hintergrundes, den ich eben erzählt habe, dass New Line und M.G.N. richtig Kohle brauchten, war sicherlich auch ein gewisser Druck hinter Jackson, das genauso zu machen, wie er es vorher gemacht hat. Und dadurch, dass er keine Vorbereitungszeit hatte, nutzt man einfach seine Erfahrungen als Regisseur mit dem, was man kennt und baut nicht was Neues auf. Der Wilhelm del Toro, der wollte es wie ein Märchen machen und der wollte es wirklich eher poetisch mit rüberbringen und nicht so episch in dieser Tonalität und dieser Ernsthaftigkeit, die der Herr-der-Ringe hat. Weil wiederum Herr-der-Ringe ist ein todernster Film und teilweise auch ein ziemlich ernstes Buch, weil auch schwere Themen da drin verarbeitet werden. Das hier, wiederholt, ist ein Kinderbuch. Was nicht dafür gedacht ist, so was mit reinzubringen, sondern dass man seinen Kindern Kapitel für Kapitel, Abend für Abend vorlesen kann. Und was übrigens, ihr kennt ja, für die, die noch ganz früh dabei waren, Timo, der war ja auch schon öfters hier im Podcast dabei, bei dem war das in der Tat so. Sein Vater oder seine Mutter, ich bin mir gar nicht mehr sicher, haben ihm dieses Buch als Kind etliche Male genauso in Kapiteln immer abends vorgelesen. Ich hatte mir dann noch notiert, dass es gibt übrigens einen Running Gag, Gandalf und der Kronleuchter, also er stößt sich in diesem Film, wie auch dann später und auch in einigen Szenen, immer den Kopf vom Kronleuchter in Beutelsend Eingangspforte. Das ist mir da genau ausgefallen. Dann, auch wenn der HFR-Effekt auf einer Blu-ray anscheinend kräftig runtergeschraubt wurde oder es auf dem Fernseher irgendwie nicht so rüberkam, was trotzdem leider extremst rüberkam, war, dass anscheinend sämtlicher Pfeifenrauch aus dem Rechner kam. Und auch diese Spülszene, die halt so irgendwie wahrscheinlich als kleine Hommage an Disneys Fantasia und die Zeichentrick-Version vom Zauberlehrling irgendwie sein sollte. Ja, das Geschirr war halt leider ganz eineindeutig als computergeneriert erkennbar. 1 zu 1 gibt es die Szene im Buch, auch mit dem Lied. Ja, ja, aber ich sage ja nur, das kam halt schlicht und ergreifend einfach nur als, dass man hat halt gesehen, dass die Töpfe und Pfannen und so aus dem Rechner kommen. Genauso wie halt der Pfeifenrauch. Was ich mir noch notiert hatte, war irgendwie, und daran kann ich mich im Buch ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, also die Zwerge verhalten sich hier schon so ein bisschen wie Klingonen. Und ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, anscheinend gibt es ja auch wie bei den Klingonen so zwei Rassen, so die mit Stirnplatte und die ohne, also für Eingeweihte, da reden wir nicht drüber, wir mit Außenstehenden, vielleicht die ja auch. Aber diese Zwerge haben mich so unglaublich an Klingonen erinnert, also an Klischee-Klingonen, so laut und Blutwein, Gach. Ja, und dann die gestoßenen mit die Köppe zusammen und so weiter und so weiter. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass die im Buch auch so dargestellt werden. Doch, im Buch sind die so. Im Buch sind das klassische Zwerge, klassische Märchenzwerge. Ich meine, nicht umsonst ist nach Tolkien dieser ganze Fantasy-Bereich, geboomt quasi. Es gab ja etliche Machwerke und viele haben es versucht, das zu kopieren und alles ist wie bei Disney. Alle haben auch sich darauf zurückberufen. Es ist ähnlich wie bei in Science Fiction mit Foundation. Alles, was man in der Foundation-Reihe findet, das findet sich dann später in Star Wars und Co. wieder. Also von daher, das ist schon, Tolkien hat da inspiriert. Er hat sich natürlich selber inspiriert an so ganzen nordischen Mythologien und sowas. Aber das sind halt wirklich die klassischen Zwerge, die mehr wie Klingonen, rau und aber doch irgendwie sympathisch sind, wie unsere klassischen TNG-Klingonen, nicht die Discovery-Klingonen, sodass es eigentlich nicht diese hübschen Zwerge gibt, die auch wieder nur deshalb in den Filmen reingekommen sind, wahrscheinlich um ein bisschen Marketing-Appeal mit reinzubringen. Übrigens diese ganze Geschichte, die dann später kam mit Tauriel und Co. Weiß man, dass das etwas ist, was das Studio im Nachdrehs, diese Romanze zwischen Kili und Tauriel, vom Studio eingeführt wurde. Lass uns das bitte aufsparen, bis es kommt. Es wird schon schlecht, wie ich jetzt dran denke. Also man sucht dann, wir brauchen euch jetzt ja, weiß Gott, nicht die Handlung im Detail erzählen. Ihr kennt sie alle. Man findet ja dann eben also in Bilbo den Meisterdieb und nachdem er sich dann, wenn ich mich recht im Sinne, aber durchaus länger überreden lässt als im Buch. Ich glaube, hier ziert er sich etwas länger. Ich glaube, im Buch hüpft er nicht hinterher. Nee, im Buch ist es so, dass er sich wie so eine britische Person verhält. Also hier ist es so, ja, ich habe keinen Bock, geht doch alle weg. Im Buch wird an seinen Stolz appelliert. Richtig. Da kommen alle an und nehmen das, und er spielt mit, weil er kein schlechter Gastgeber sein möchte und kein schlechtes Bild bei diesen fremden Leuten hinterlassen möchte. Und dementsprechend wagt er auch, wo die Tuck-Seite von ihm dann wieder überhand nimmt, direkt den Vertrag zu unterschreiben und sich auch als Meisterdieb zu verkaufen. Das ist nämlich vollkommen richtig. Im Buch sagt er dann nämlich irgendwann, und ich bin ein Meisterdieb. Das heißt, er redet sich die Rolle selber ein und gibt sich dann auch vor den Zwergen als solcher aus, wohingegen hier im Film man eigentlich sagen muss, naja, die Zwerge haben jetzt auch ehrlich gesagt nicht nochmal nachfragen wollen. Sie sind ja auch ohne ihn losgezogen. Ja, ich meine, na gut, im Buch ist es trotzdem so, dass er um 11 Uhr aufwacht oder kurz vor 11 Uhr aufwacht, sieht, dass die Zwerge ein Chaos bei ihm in der Küche hinterlassen haben, erst mal alles schön putzt, ganz froh darüber ist, dass sie weg sind und dann plötzlich wieder Gandalf auftaucht und sagt, ja, habt ihr denn nicht unsere Notiz gesehen? Wir wollten uns in 10 Minuten im grünen, in so einer Absteige treffen, im grünen Café oder sowas. Geht doch mal hin. Und dementsprechend rennt er los, ohne sich seine Pfeife und sein Taschentuch und sowas einzupacken. Also das ist schon ähnlich, aber das ist einer der Aspekte, die ich im Film, in der Umsetzung auch nicht so toll finde. Und da fangen dann erst die Probleme des Ganzen an. Denn kaum, dass wir 10 Minuten oder für zwei Minuten auf Ponys unterwegs sind, werden wir schon wieder in die nächste Expositionsbombe reingeschmissen. Denn gleich bei der ersten Rast muss uns nämlich, wie heißt der alte Zwerg? Das ist, glaube ich, Berlin. Berlin, genau. Muss uns dann nämlich erst noch mal erklären, warum der Thorin jetzt so heißt, wie er heißt. Und uns wird der Bösewicht dieser Filmtrilogie vorgesetzt, nämlich Azork, der Schlechter oder sowas. Ein Albino-Org, der im Buch gerade mal mit einem Nebensatz erwähnt wurde. Mehr nicht. An den konnte ich mich überhaupt nicht mehr, nicht mehr mehr an den Namen erinnern. Und der wird jetzt hier zum Oberbösewicht aufgebauscht, weil, und das muss man natürlich sagen, der Film sonst keinen Bösewicht hätte. Aber der Film auch ehrlich gesagt ja gar keinen braucht. Denn es ist ja eigentlich ein Roadmovie und da brauchst du keinen Bösewicht eigentlich. Denn es gibt ein klares Ziel. Wir wollen da hin. Und du musst nicht dringend jetzt noch getrieben werden, um da einen künstlichen Druck reinzubringen. Ja, und der ultimative Bösewicht ist doch eh Smaug, was das alles angeht. Obwohl auch Smaug so ein bisschen ein Problem im Buch darstellt, weil er einfach dann nicht von unseren Helden beseitigt wird, so ungefähr. Aber ja, man hat hier auch versucht, wieder diesen künstlichen Epos hervorzurufen und den Schlechter mit reinzubringen, den ich auch nie im Buch im Kopf habe und auch immer nur in diesem einen Nebensatz mitbekommen. Auch diese ganze Geschichte, ich verstehe es, dass sie es versuchen, Thorin zu einer Art Aragorn zu machen und ihn auch so hübsch aussehen lassen und sowas, dass er gar nicht so wie so ein Zwerg wirkt. Das ist er allerdings im Buch auch nicht. Er war, zumindest hat er ganz schlechte Erinnerungen an alles, was in, ganz wenig Erinnerungen an alles, was in Irrbor stattfand. Er erinnert sich ja noch nicht mal daran, dass es sowas wie eine Tür gab, weil das Ganze auch schon 90 oder mehr Jahre her war, dass das überhaupt passiert ist und der, überhaupt dieser Schlüssel von seinem Urgroßvater, von seinem Großvater zu seinem Vater und dann zu ihm übergegangen ist. Man versucht, ihm die Bedeutung eines Königssohns einzuverleiben, die er im Buch nur am Rande oder später hat. Durch dem Sohn Aragorn-Ding drüber zu stülpen. Ja, das ist vollkommen recht. Genau, total Aragorn, genau. Absolut. Na ja, auf jeden Fall ist das eben, dann wird dann halt da nochmal erklärt, warum er jetzt Eichenschild heißt, weil er halt sich mit einem Eichenstamm schützt vor Asok, dem Schnitter, schlechter, whatever. Erinnerst du dich noch, als wir mit Manu Bennett aber trotzdem mal ein Interview geführt haben vor zwei Jahren? Ja, aber auch hier gehe ich einfach nochmal darauf ein, dass die Hollywood das Problem hat, dass sie es alles übererklären müssen. Das muss man doch gar nicht erklären, warum er so heißt. Das muss man doch gar nicht mit einflechten. Lass doch einfach etwas sein. Lass doch einfach eine Tatsache so sein und dann stört es einen doch auch gar nicht. Ja, wie so heißt der Eichenschild. Jetzt wissen wir das halt auch und ich habe es gerade eben schon gesagt, mit dem Darsteller des Asok, also der dann später sein Bodycapturing dazu sagen und die Mimik gegeben hat, nämlich Manu Bennett hatten wir mal ein Interview vor zwei Jahren im Rahmen der ersten Comic-Com Home Edition, falls du dich noch daran erinnerst. Da hat er eine ganz schlechte Verbindung gehabt, weil er, glaube ich, in Neuseeland vom Strand aus mit uns geskypt hatte. Irgendwie sowas war das, ne? Ja. Irgendwie kann ich, aber war, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, ein ganz netter Dude. Leider haben wir davon jetzt irgendwie keine Aufnahme. Die nächste Person, die dann im Film auftritt, nachdem wir diese Expositionsbombe sehen und dann eben auch feststellen, dass jetzt also der Asok, warum auch immer, auf dem Weg ist, weil er nämlich gehört hat, also der Thorin hat ihm den Arm abgeschlagen, so, und deswegen ist er noch ein bisschen sickig. Jetzt hat er gehört, dass der Thorin also noch lebt und er will sich jetzt an ihm rächen. Das ist seine ganze Motivation. Das heißt, er weiß also nichts von dem Schatz, der weiß nicht, wo die hin unterwegs sind, der weiß nichts von dem Arkenstein, der will auch nicht irgendwie irgendwas erobern oder sonst irgendwas. Er will schlicht und ergreifend noch Rache für seinen Arm. That's it. Er ist so ein bisschen die Parallele zu den Reitern aus dem ersten Heer der Ringe Film. Exakt, genau. Zu den Ringe Geistern. Genau. Und dann haben wir wieder einen Schnitt, denn jetzt hüpfen wir plötzlich zu einem Zausel, der mich wirklich extremst genervt hat. Das wirst du vielleicht ein bisschen anders sehen, denn du hast auch zu dieser Rolle beziehungsweise zum Schauspieler dieser Rolle eine kleine Geschichte, Geschichte, nämlich wir sehen jetzt dann Radagast, den Braunen, auch einen Charakter, also ein, was sind das, Mithrandil oder wie nennt man diese Zaubererrasse, da kannst du gleich noch was zu sagen, der im Buch auch nur mal am Rande erwähnt wird, nämlich, ich glaube, Gandalf sagt bei Beon irgendwie, dass er irgendwie seinen Cousin Radagast noch irgendwie Geld schuld, irgendwie sowas sagt er da. Jetzt werden wir plötzlich von diesem Charakter eingestellt, den ich einfach nur doof und nervig fand. Vielleicht hast du ja deine Meinung zu diesem Charakter etwas geändert, denn du bist zumindest mal Sylvester McCoy über den Weg gelaufen, dem Schauspieler des Radagast. Ja, also erstmal zu den Zauberern, das sind die Istari, die genau zu dem Zweck von den Einur, von den Göttern rübergeschickt worden sind, um in Mittelerde gegen Saurern auszuhelfen. und da gibt es halt den weißen Zauberer, den braunen Zauberer, den blauen Zauberer, den grauen Zauberer und so weiter, wo dann Radagast einfach quasi diese Nebenrolle der braune ist. Und ja, ich kann es verstehen, warum sie diese Rolle so eingebaut haben und könnte interessant gewesen sein, aber ehrlich gesagt, ist es auch nur wieder diese Verflechtung mit dem Herr der Ringe und auch, dass Sylvester McCoy die ganze Zeit diesen Vogelschiss an dem Kopf hat, stört einen tierisch im Bild. Ich meine, er ist ja ganz knapp an der Rolle des Bilbo Beutlin vorbeigeschrammt. Also er war durchaus auch Kandidat dafür. Letzten Endes hat man dann ja Ian Holm genommen. Vielleicht, weil sich manche gedacht haben, man kennt ihn noch zu sehr als Dr. Who, aber ich meine, Ian Holm ist ja nur auch, weiß Gott, kein unbekannter Schauspieler gewesen. Keine Ahnung, warum man sich dann da umentschieden hat. Aber ja, dieser Vogelschiss und dieses Mosa, das hat mich auch die ganze Zeit einfach abgefuckt. Echt, das war super nervig. Und dann, dann seine... Ja, und dann dieses, dieses Star Wars-mäßige auch wieder, dass man diese Igel da animiert mit reinnehmen musste. Also es hat mich wieder total an Star Wars erinnert, dass man da irgendwie so einen Nebencharakter da mit reinhauen musste. Ganz egal, aber ich, ich habe ja mit Sylvester McCoy, wie du gerade schon gesagt hast, vor ein paar Jahren mal geredet. Dieses Interview habe ich leider nicht in guter Erinnerung. Ich glaube, man kann es auch weiterhin bei uns nachhören. aber es ist so eines meiner peinlichen Interview-Momente, weil ich ihn leider so ein bisschen beleidigt habe in dem Interview, wo wir nämlich angefangen haben zu reden. Und wenn ich mich halb daran erinnere, ist es so, haben wir über Doctor Who und irgendwas anderes geredet. Und er meinte ja, Ant the Hobbit Movies. Und weil ich auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt der Fan von den Hobbit-Filmen war, habe ich dummerweise eher als Fan reagiert und nicht als Interviewer und dann so gesagt, yeah, I don't know, weil ich ihn nicht toll finde. Was man eigentlich, macht man nicht gegenüber so einem Schauspieler. Man sagt nicht, man fand seinen Film scheiße so in der Richtung. Und er meinte aber nur ganz nett mir gegenüber, yeah, but it was a fact that I was indeed in The Hobbit. Und da ist mir dann der heiße Schweiß über den Rücken gelaufen die ganze Zeit. Es tut mir auch so furchtbar leid und so doof, dass ich das irgendwie so zögerlich da in dem Moment war. Aber nun gut, passiert. Ach, es gibt schon einige Schauspieler, die ich gerne mal fragen würde, ob sie sich eigentlich für wussten, was für ein großes Scheiße sie da gerade aufgesagt haben oder aufsagen mussten. Ich meine, ich kenne die Antwort, it's all for the money. Von daher, alles in Ordnung. Ich meine, ein passendes Beispiel hat man ja gerade wieder mit Bruce Willis, die ganze Geschichte rund um ihn. Ja, richtig. hat jetzt gesundheitliche Gründe. Wer es noch nie mitbekommen hat, Bruce Willis geht in Rente, weil er leider unter einem ähm, unter einem gesundheitlichen Zustand leidet, der seinen mentalen. Ne, ist nicht Demenz. Es ist nicht Demenz. Es ist nicht Demenz. Es ist eine spezielle, ein Zustand, in dem er auf jeden Fall eingeschränkte sprachliche und mentale Fähigkeiten hat. Und er hat in den letzten Jahren extrem viele Filme rausgehauen. So ganz schlimme B- und D-Movies so ungefähr. Wo er auch teilweise einfach nur in der Ecke steht und nickt und so. Also offensichtlich durch Buddydoubles ersetzt wird, wenn er nicht zu sehen ist und so weiter und so weiter. Und dann teilweise auch wohl ein Knöpfchen im Ohr hat, wo ihm die Zeilen vorgesprochen worden sind. Richtig, genau. Ja, was man auch dann sieht. Ja, was man auch dann sieht. Und ja, viele haben sich lange gedacht, der hat keinen Bock, der will nur ein bisschen Kohle abgewinnen. Aber jetzt ist es rausgekommen, ne, er hat wohl das, ob er es bewusst gemacht hat oder ob es eher so eine Stan Lee-Situation ist, wo er ausgenutzt wurde. Er hat noch mal schnell mit seinem Namen Kohle gescheffelt, bevor er... Ich glaube, es wird das sein. Ich denke, der wird sich gedacht haben, komm, lassen wir hier noch mal die Cash-Cow ein bisschen fließen und holen noch ein paar Millionchen rein. Es wird kolportiert, dass er ungefähr so eine Million Dollar pro Film gibt. Das hat er so 15, 20 Filme gemacht. Ja, also dann wird er noch ein bisschen an den Einnahmen beteiligt sein und wenn dann so ein Film drei Millionen, vier Millionen Dollar einnimmt bei, keine Ahnung, zwei Millionen Produktionskosten, irgendwie sowas, um den Dreh machst du am Ende halt ein... Ist halt ein Massengeschäft und da macht er jetzt ja mit. Wer das allerdings noch mit klarem Verstandes macht, ist halt Nicolas Cage. Der macht die gleiche Nummer, der macht die gleiche Nummer, nur... Okay, der war halt schon immer irre, aber... Ja, aber Nicolas Cage ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Ich bin... Ich bin in der Tat ein Fan von ihm und so, wie man in Interviews mit ihm mitbekommt, er ist hinter jeder, auch sehr trashigen Rolle, hundertprozentig dahinter. Er gibt immer 110 Prozent, egal in was für einem beschissenen Film er dabei ist und das macht ihn einfach als Schauspieler aus und deshalb finde ich ihn auch großartig. Aber ja, es gibt den und den Sidebar, wir sind da hingegangen. Ich glaube, zumindest Silvester McCoy hatte Spaß an dieser Rolle, auch wenn das mal wieder irgendwas zwischengeschoben ist und wo man einfach ganz klar merkt, dass sie Dinge reingeschrieben haben, weil sie ganz schnell ein Skript brauchten und dann irgendwie diese Verbindung zum Heer der Ringe, die eigentlich in einem Film stattfinden sollte, auf drei Filme verteilt haben. Es hat sich, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man halt einfach so das letzte bisschen aus dem leeren Glas des Lors noch rauskratzen, ja. Und man hat irgendwie nicht, entweder ist man nicht auf Silmarillion gekommen oder man hat sich noch nicht getraut oder hat sich gedacht, boah, verdammt, wenn wir das jetzt anfangen, dann ist es ein Fass ohne Boden, keine Ahnung. Nee, nee, nee. Das hat bestimmt einen Grund und das wird auch das Problem der Heer der Ringe Serie sein. Auch hier New Line und MGM haben nur die Rechte, hatten und haben nur die Rechte am Heer der Ringe, den Anhängen und dem Hobbit. Die haben nicht die Rechte am Silmarillion und den ganzen Nebengeschichten von Mittelerde. Die dürfen sich nur für sowas in den Anhängen bedienen und das merkt man halt. Oh Gott, und da muss es am Ende wieder 25% anders aussehen wie bei Star Trek. Gut, okay, dann kommen wir hin, wenn es soweit ist. Dann passiert etwas, wir werden dann mit Radagas in Verbindung gebracht und das ist auch so ein kleiner Plot, bei dem man am Anfang erst mal noch gar nicht weiß, okay, wer ist der alte Zausel und was macht der jetzt? Der stellt also dann eben fest, huch, da gibt es also jetzt einen Nekromanten in Bulgur, Boldur, wo auch immer, Dulgoldur, der jetzt wieder zum Leben erwacht wird und ui, ui, ganz, ganz, ganz schlimm, da muss sich also jemand warnen. Jetzt passiert was, was im Buch so gar nicht ausgeführt wird, denn im Buch verschwindet Gandalf ja immer wieder mal, um dann, wenn das Buch ihn braucht, wieder zu kommen und dann die Zwerge und Bilbo aus höchster Not zu retten, wenn es nicht gerade die Adler machen und jetzt wissen wir, wo er denn hingeht, denn er sucht nämlich eben jenen Nekromanten und hat nebenher noch andere Geschäfte am Start, was dann halt die eigentliche Handlung hier in diesem Film, das habe ich mir aufgeschrieben, Pacing, 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 dieser Film hat einfach kein gutes Pacing, denn du fängst gerade an, in die Geschichte reinzukommen, zack, kommt wieder irgendein Exposition-Damm, du fängst gerade rein, wieder, dann geht es wieder los, bist gerade mit den Zwergen wieder on Tour, zack, wird dir so ein Radagast um die Ohren gehauen, sodass sich das Ganze und das ist sowas, dass du dir denkst, ja, das ist vielleicht eher so ein Serienerzähltempo, so nach dem Motto, cutte das mal in vier Teile und bring es wöchentlich raus, dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm, ja, als so als Film oder schneit es ganz drastisch um, irgendwie passen die Sachen nicht. Es gibt, wie auch bei Star Wars, bei den, äh, die, die Specialized-Versionen, gibt es für den Hobbit-Fan-Versionen der drei Filme. Ich hab mir irgendeine davon mal gezogen. Die ist dann dreieinhalb Stunden lang und hat dann alle drei Filme vereint und dieses ganze Fleisch und alles, was eigentlich nicht dazu gehört, rausgeschnitten. Ich hab das letztens irgendwann mal angefangen, bevor wir dann uns entschieden haben, dann doch alles zu sehen und ich mich durch die Extended quälen muss, ähm, aber alle, die vielleicht einfach nur das Erlebnis des Hobbits haben wollen, ohne sich durch neun Stunden, äh, zu wühlen, die können mal nach den Hobbit-Fan-Edits gucken, die kann man relativ leicht finden und auch relativ leicht runterladen ähm, und da schlägt das Fanherz dann doch wieder ein bisschen höher. Ja, denn ich glaube, wenn du das auf zwei Stunden runterdampft, lass es zweieinhalb oder drei sein, dann wird da ein ganz anderer Schuh draus. Genau, genau. Ja, also unsere Gefährten ziehen dann eben weiter und jetzt kommt sozusagen dann das Pendant zur Wetterspitze, nämlich der, der, der erste, äh, größere Kampf und der ist dann die klassische Szene mit den Trollen. Das ist ja auch so ein Ding, was in einem durch Herr der Ringe, wir hatten das vorhin aufgeschlagene oder Universum, das sich sehr ernst nimmt, so halt auch wieder überhaupt nicht reinpasst, diese sprechenden Trolle, die sich übers, ähm, übers Essen beklagen, beziehungsweise darüber philosophieren, wie sie denn jetzt dann die, äh, inzwischen einzeln wieder gefangenen Zwerge und so weiter gut zur Sülze verarbeiten, etc. pp. und die ja dann durch, eben im Buch, durch Gandalf dann so lange am Reden und am Diskutieren gehalten werden, bis sie morgens dann zu Stein werden durch die Sonnenstrahlen. Das ist halt auch was, das funktioniert wunderbar im Buch, das würde auch hier gut funktionieren, aber es funktioniert für mich einfach nicht in dieser Welt, die für mich so unglaublich ernst und ironiefrei etabliert wurde. Ja, auch hier wieder total die Tonalität, da passen die nicht rein, es ist aber auch wieder fast eins zu eins die Szene aus dem Buch, abgesehen davon, dass man, ähm, Bilbo den Tag retten lässt, anstatt Gandalf, der, wie du eben schon gesagt hast, im Buch an etlichen Stellen die Zwerge und den Hobbit aus den, äh, aus der Bredouille holt. Ja. Und das zieht sich halt so ein bisschen durch, ne, ich überlege gerade, wir werden, ich werde das dann nochmal drauf, drauf zurückkommen, ob auch die Herr der Ringe Geschichte, ich sag mal, außer von, von Pippin und Merry sind die halt auch völlig, völlig Humor befreit, ne, das muss man natürlich auch an, an der Stelle dann nochmal sagen. Dann hat man wieder ein paar Rücksprünge zu Radagast, äh, der natürlich dann, äh, in, wie heißt die blöde, Dol Guldur, natürlich dann noch, damit auch der letzte Raft vom Hexenkönig von Anmar, äh, ne, ist ja egal, ich war nicht der Hexenkönig von Anmar, einem von den Ringgeistern, oder? Doch, irgendeiner greift ihn doch dann da auch an, wo man sich fragt, und wo kommt der jetzt auf einmal her? Der ist halt auch nur drin, damit man sagen kann, äh, look, look, ja, den kennt ihr doch, liebe Zuschauer. Ja, es ist halt alles so ein bisschen, wie, das ist alles Story aus den Anhängen, die hier verarbeitet, äh, wird. Und da, das bekommt man in ein paar Nebensätzen in den Anhängen auch beschrieben, aber ja, das versucht man da reinzubringen, und natürlich muss, muss dann der Howard Shore-Score für die Ringwraith und sowas mit rein. Übrigens hat man auch an anderen Stellen dann plötzlich den, den Score von den, äh, Ringgeistern mit reingebracht. Ich glaub, ganz zum Schluss in dem Finale hier, was überhaupt nicht passt, was überhaupt nicht für, äh, die Orks gemacht ist, aber Howard Shore sich wohl gedacht hat, ja, brauch ich nix Neues schreiben für die Orks. Ja, irgendwie sowas in der Art. Man findet vorher noch in der, äh, Trollhöhle noch Stich und Gandalf kriegt auch sein neues Schwert, nämlich, wie heißt das, Glamdring? Glamdring. Genau. Ja. Jetzt sind ja, und Orkrist. Und Orkrist, genau, also drei Schwerter findet man da, ist auch, ähm, ist mir im, im Buch gar nicht so aufgefallen, jetzt wo ich so als Film geguckt habe, boah, ist natürlich schon, also, da haben aber die drei Trolle aber mal kräftig, äh, hingelangt und haben einen richtig guten Fang gemacht, dass sie gleich drei bedeutende Schwerter sozusagen hatten, beziehungsweise, sagen wir zumindest mal zwei, ja, Stich ist ja, äh, jetzt anscheinend Standard, dass das leuchtet. Äh, was können denn so die anderen Schwerter, überhaupt magische Schwerter in, 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 in Mittelerde, können die irgendwas? Also, Stich leuchtet, wenn Orks in der Nähe sind, was kann denn Glamdringen, kann das irgendwas? Oder hat das einfach nur einen Namen? Naja, das haben übrigens alle diese elbengeschmiedeten Schwerter, zumindestens die aus Gondolin stammen, dass die leuchten, äh, bei Orks. Also, das haben die alle mit sich. Und der Ork-Christ hat auch eine Bedeutung aus den Ork-Kriegen und der ganzen Geschichte. Das ist stark aus dem, äh, Silmarillion raus. Gondolin war eine verborgene Stadt, die ganz, äh, lange das einzige Bollwerk noch war, wo die Elben und, ähm, andere Verbündete sich vor Sauron verstecken konnten und vor Morgoth und Sauron. Mhm. Und die irgendwann leider auch gefallen ist, ähm, durch einen Verrat, auch durch einen ganz klassischen, äh, Verrat in der eigenen Mitte. Und deshalb sind diese Schwerter auch so bedeutungsschwanger, weil halt so ein kleines Wort reingeschmissen wird für alle Fans, aus Gondolin. Mhm, ja. Das muss mir dann was sagen oder kann mir auch nichts sagen. Sagt mir alles und gar nichts. Da, genau, werden wir in den nächsten Cast sicherlich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, auch wenn wir vielleicht mehr über Silmarillion sprechen. Ähm, das ist, und das liebe ich ja an, an, an den generell, an den Büchern von Tolkien, dass jeder Nebensatz von ihm in einem Manuskript eine richtige Geschichte erhalten hat. Also es gibt eine Historie in dieser Welt. Und das ist nicht einfach nur so, dass man der magische Ring von X-Nux-Gix-Nux. Nein, wenn ein magischer Ring erwähnt wird oder ein Schwert, dann kann man ganz klar davon ausgehen, dass das irgendeine Bedeutung und irgendeine Geschichte, meistens eine tragische Geschichte in der Vergangenheit, äh, dieser Welt gibt. Ja, da freue ich mich schon drauf, das ein oder andere mal abzuschweifen. Jetzt wollen wir aber gar nicht mal so schwer abschwerfen, sondern es geht dann also schnurstracks, naja, man wird auch ein bisschen getragen, denn dann läuft man also erstmal nochmal über die Weiten, über die dann später auch nochmal unsere Gefährten laufen werden, weil es so eine schöne Kulisse, die kann man einfach nochmal verwenden. Dann hüpft man also noch ein bisschen über die sogenannten Neuseeländischen Alpen und rennt also da auf der Südinsel noch ein bisschen rum und dann wird man gejagt und jetzt kommt der zweites Mal, der Asok und seine Waag-Reiter. Da ist man also dann kräftig auf der Flucht und rettet sich dann in eine Feldspalte, wo dann die Waage erstmal nicht mehr weiter kommen und das ist dann sozusagen der geheime Hintereingang nach Bruchtal und da musste ich echt nochmal überlegen, Bruchtal im Buch. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, ich konnte mich nur noch an Elben, die Waldelben, die unglaublich albern sind, da kommen wir dann im nächsten Teil dazu, also im Buch sind die unglaublich albern, fast schon nervig, aber an Elrond und Bruchtal konnte ich mich im Buch gar nicht mehr erinnern. Kann es sein, dass das hier im Film einfach auch ein bisschen weiter ausgewalzt wird, als es im Buch eigentlich ist, dass die da im Buch gefühlt einfach nur eine Nacht bleiben und hier gefühlt drei Wochen? Naja, im Buch wird es so geschrieben, wie man es halt in so einer Geschichte für Kinder schreibt, dass es so ist, dass die schlechten Dinge halt sehr viel Platz bekommen und man sich an die guten Dinge meist gar nicht so erinnert. Das ist mehr oder weniger der Satz, den Tolkien da schreibt und deshalb gibt es auch aus der, ja aus der Begebenheit in Rivendale in Bruchtal nicht so viel zu berichten. Es wird erwähnt, dass die 14 Tage da bleiben, es wird erwähnt, dass die sich schön da einleben, viel essen und wieder zu Kräften kommen, weil bis dahin sind die schon richtig ausgezehrt gewesen, weil der Weg bis dahin einfach nicht leicht war und dann nach einer kurzen Beratung mit Elrond hauen die wieder ab. Also Elrond, den Teil mit den Mondruhen, den gibt es auch im Buch, aber die ganze Geschichte rund um Bruchtal, um Rivendale, die dauert zwei oder drei Seiten in dem Hobbit und hat natürlich auch nicht die ganze Nebengeschichte mit dem weißen Rad dazwischen. Ja, während wir reden, lasse ich ja den Film so nebenher laufen und dann fett mir zum ersten Mal ein, dass man also den zweiten schönen Zwerg, nämlich dann Kili, hier schon schöne Augen machen lässt, einer Elbenfrau, die an der schlecht gespanntesten Harfe ever sitzt. Also da denke ich mir so, boah, hätte man nicht die Seiten mal ein bisschen fester spannen können, die ömmeln so durch, da kann gar kein Ton rauskommen, das geht überhaupt nicht. Und die Zwerge benehmen sich auch, die haben sich nicht nur bei Bilbo schon benommen wie Hulle, nein, also bei den Elben lassen sie halt völlig die Sau raus. Also da hat eigentlich der Gandalf sozusagen, der Gandalf sozusagen sämtliche Gefallen eigentlich in einem Schlag aufgebraucht, dass er diese Saubande da mitgebracht hat. Ich habe übrigens nebenbei den historischen Atlas von Mittelerde bei mir aufgeschlagen und sie haben in der ganzen Zeit von Beutelsend bis Bruchtal haben die ungefähr durchschnittlich 17,5 Meilen täglich zu Fuß hin und 18 Tage durchschnittlich 10,7 Meilen mit den Ponys, sodass die ganze Strecke irgendwie 100 Meilen oder so lang ist, die die da durch haben. Es ist ja fast eins zu eins die Rute, die die auch genommen haben im Herr der Ringe, also eine ähnliche Rute, wie die da hergehen. Die sind ja alle über Bruchtal und über diese Bergkette müssen hinaus, um in den Osten reinzukommen. Nur ist der einsame Berg viel höher als Mordor, dass er so im Südosten verwurzelt ist. Also wie gesagt, nicht nur das, dass man also die Zwerge hat, die eigentlich achtkantig rausgeschmissen werden sollten, aber gut. So ist es halt. Achso, nee, hier. Fangen sie nochmal an zu singen. Die haben 38 Tage für 160 Kilometer gebraucht. Was haben die gemacht? Sind die rückwärts gelaufen? Nein, nein, nein. Geschätzte Reisedauer ist 38 Tage durchschnittlich 10,7 Meilen täglich mit Ponys. Frodo und Freude, Freunde brauchen 28 Tage durchschnittlich 17,5 Meilen täglich zu Fuß. Ja. Was machen die? Sind die rückwärts gelaufen, oder? Nein, 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 das sind keine, also 38 mal 10, das sind 380 Meilen, also ist schon ein bisschen was, also von daher. Na gut. Kann ich jetzt endlich mal sagen, dass ich bin neben wie Hulle, habe ich schon gesagt, so. Und dann, damit wir die also nicht allzu lange ertragen müssen und auch dieses, dieses Lied, das ist dann nochmal der zweite Lied, was wir ertragen müssen, gibt's also dann, weil auch der Fan noch ein bisschen Fanservice braucht, weil wir ja nach anderthalb Stunden, sind ziemlich genau bei anderthalb Stunden, noch nicht genug hatten. Nein, wir müssen jetzt dann auch noch Galadriel zurückbringen, weil die hatten wir noch nicht. Und dann gibt's also einen nächtlichen Rat und bevor man auf die Dienste von Christopher Lee, bevor er das Zeitliche gesegnet hat, auch noch zurückgreifen wollte, hat man den auch noch zurückgebracht und dann sitzen die drei dann da. Gandalf ist extremst angepisst von Saruman, was er glaube ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sein kann, sondern das ist ja ehrlich gesagt auch nur, weil wir als Zuschauer wissen, dass Saruman ja der Böse ist, was er ja zu dem Zeitpunkt ja noch überhaupt keine Idee davon hat, ja. Und Christopher Lee ist halt auch so der absolut Evil, der spielt halt den gleichen bösen Saruman wie vorher auch und das passt halt einfach nicht, weil zu dem Zeitpunkt kann Gandalf es noch gar nicht wissen. Und es ist auch noch nicht so. Also es ist in dem Moment ist Saruman der Weiße, wirklich der ist der weiße Zauberer, der ist das Oberhaupt der Hysterie und entsprechend mit einer Macht und Ehrwürdigkeit beladen, wie es nur sein kann. Also in dem, in dem Zeitalter, wo die da unterwegs sind, in den Jahren ist Saruman noch auf der Höhe seiner Macht und Gandalf eher ein kleines Rädchen im Getriebe. Und die haben dann ein Disput, wo ich mich dann ehrlich gesagt so ein bisschen frage, also da ist halt der Saruman einfach nur die, die bitchige Chef, weil er es sein muss, ja, weil er es jetzt, weil er jetzt nicht, also er will halt jetzt auch Gandalf nicht verstehen. Also das Drehbuch will es, dass er ihn nicht versteht, ja. Und es wird natürlich auch schon so ein bisschen impliziert, dass er natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon mit dem Bösen im Bunde steht. Ja, und das ist einfach, wie gesagt, wir haben 60 Jahre zwischen dem Hobbit und dem Herr der Ringe, die da stattfinden. Das ist einfach noch nicht so. Die haben die Geschichte, die die in einem einen Film erzählt haben, hier mit eingeflochten in diese drei Filme. Und dementsprechend ist das, findet das etwas asynchron zu dem statt, wie es eigentlich stattfinden sollte. Und, was mir ja gar nicht bewusst war, nach dem ersten Mal gucken, die haben ja auch zumindestens eine Andeutung einer kleinen Romanze zwischen Gandalf und Galadriel mit reingebracht, was ja so auch überhaupt nicht mal ansatzweise woanders vorhanden ist. Ja, das hatte ich mir auch notiert. Das hatte ich nach dem ersten Mal Kino gucken gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das wird auch so, ja, zumindest könnte man das so reininterpretieren, dass die mal was mitnehmen. Später noch stärker, in den späteren Filmen noch stärker. Ah, okay, da bin ich mal gespannt. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber ja, hatte ich mir auch notiert. Ja, man verdrängt das alles so. Ja, genau. Romantic Feelings Galadriel Gandalf hatte ich mir aufgeschrieben. Ja, die beschließen also dann, dass man was gegen diesen Nekromanten da eben machen muss, wobei man gar nicht weiß, warum, wieso, weshalb. Und ich kann mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich bin gespannt, weißt du, worauf ich mich beim zweiten Teil jetzt am meisten darauf freue? Beziehungsweise, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass diese Nekromantengeschichte jemals aufgelöst wird. Ich glaube, die wird unterwegs irgendwann vergessen. Oder wird sie okay. Dann reden wir darüber, wenn sie soweit ist, brauchen wir da jetzt an der Stelle nicht machen. Ja, unsere Reisegesellschaft, die bricht dann eben auf. Man muss dann über die Nebelberge latschen, oder? Mal wieder. Ja, das sind die Nebelberge, genau. Und dann haben wir den nächsten Unterschied zum Buch, nämlich dann kommt im Buch, glaube ich, einfach nur ein Sturm. Und in dem Sturm müssen sie sich dann in eine Höhle retten. Aber es war noch ein bisschen Budget übrig. Also haben wir uns gedacht, nehmen wir doch die Steinriesen, die auch hier im Buch nur in dem Nebensatz erwähnt werden, und packen die halt auch mal rein. Die kommen halt so völlig aus dem Nichts. Also zwei riesige Felsgiganten kloppen sich in bester God of War-Manier mit riesigen Steinen die die Granitschädel ein. Und ja, eine Menge Steine fallen runter. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, das hat man einfach im Kino gemacht, weil das in 3D total geil aussah. Aber jetzt ist es einfach nur so eine ... Die kamen halt auch so völlig aus dem Nichts irgendwie, damit man nochmal so ein Action-Piece hat, was man halt gar nicht brauchte. Seid ihr, ein Sturm hätte ja auch gereicht. Einfach ein Sturm in die Höhle und fertig. Ja, die werden ... Die Steinriesen werden in einem Nebensatz erwähnt. Und auch in der Comic-Umsetzung, die es gibt, da sieht man die Steinriesen nochmal genau. Aber diese Bedeutung, die die hier im Film haben, nur Effekthascherei. Ja, und das Ganze hat auch so ein bisschen was von so einer Videospielsequenz, wie sie dann so Jump'n'Run-mäßig von einer Plattform auf die anderen springen. Und wenn du dir die Bewegungen anguckst, wie sie da an den Felsen hängen und wie die Steinriesen da ... Also das sind ja Dimensionen, da käme kein einziger Leben draus. Die haben ja nicht mehr Helme auf dem Kopf. Nichts, woran sie sich festhalten können. Und ach, es war einfach völlig over the top. Ja, da hat man auch wieder diese völlige Dissonanz zwischen dem, was der Film schon wieder für einen Anspruch hat, und zwar nämlich genau wie Herr der Ringe bodenständig zu sein, und dem völlig bodenlosen, in der Luft schwebenden Action-Zeug, was die jetzt hier mit reinbringen, wie die wie Cartoon-Figuren rumhüpfen und rumgeschleudert werden. Also auch wieder so eine Sache, die natürlich einerseits das CGI mit reinbringt, was wahrscheinlich die Produktionsprobleme sind, aber andererseits völlig fehl am Platz ist in der Toleratität, die man doch versucht hat, vorher wieder aufzubauen. Wir sind halt dann zwei Stunden jetzt ziemlich genau drin im Film. Und eigentlich fängt ja jetzt nach zwei Stunden ... Ich will nicht sagen, die eigentliche Geschichte erst an, aber jetzt wird's ja erst mal ... Jetzt kommen wir ja so mal langsam hier in Fahrt. Denn der Bilbo hat jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr und will sich von dann machen. Allerdings hat sich die Höhle, in die man sich geflüchtet hat, dann natürlich als Ork-Falle rausgestellt. So werden die Zwerge gefangen, aber weil Bilbo eben vorher sich vor Acker gemacht hat, ist er auf einem Extra-Pfad. Und jetzt sind wir in einer unterirdischen Ork-Stadt, und dann kam für mich der absolute Downer des Films, nämlich dieser Ork-König, der dann auch in der Extended-Version tatsächlich noch ein Lied anstimmt. Und nicht nur er, sondern die ganze Ork-Höhle. Und das war echt ... Was hat man sich denn dabei gedacht? Das verstehe ich einfach nicht. Wer sitzt da in dem Writer's Room und denkt sich, oh, komm, den lassen wir jetzt singen, das ist super. Es gibt auch hier ein Lied, zumindest in der Version von einem Buch, die ich hab, ein Lied, das von den Orks angestimmt wird. Das hat aber nichts mehr mit dem zu tun, was die Orks hier jetzt singen. Also da ist irgendeine Fantasie über Bord gegangen, und man dachte, boah, wir haben Lieder, also lass uns noch mehr Lieder dahinhauen. Hat wahrscheinlich Ed Sheeran für die geschrieben. Ja, es passt halt einfach hinten und vorne. Nicht da rein, es ist komplett albern. Das ist genauso wie die Gesangsnummer in den Specialized, Special Remastered, Whatever-Versionen von Star Wars Return of the Jedi. Als dann plötzlich die Max-Rebo-Band dann da plötzlich mit Sea's Noodles diese völlig lächerliche, Muppet-mäßige Songgeschichte da, die auch CGI-technisch völlig grausig ist. Und hier fängt's jetzt auch so langsam an, dass halt das CGI wirklich over the top benutzt wird, weil dieser Org-König, der kommt halt komplett aus dem Rechner, kommen die anderen auch. Aber dadurch, dass der so unglaublich viel Geschwabbel und Hautstruktur hat, finde ich, fällt's bei dem halt dreimal mehr auf. Ja, und ich sag mal so, was heißt, im Prinzip kommt ja eigentlich auch nur der Azok aus dem Rechner. Die Orks von früher, damals, vorm Krieg, die kamen ja noch nicht alle aus dem Rechner, die im Hintergrund, aber die vorher waren noch schön brav mit Maske und allem drum und dran. Und ja, das, ah, das sieht halt besser aus. Das sieht halt einfach besser aus. 2012 war man schon relativ weit mit Special Effects, muss man sagen. Aber es wurde einfach zu sehr eingesetzt, dass man keinen Bock mehr hat, diesen animierten Film zu gucken. Also es fehlt die Bodenständigkeit, das Realistische, was da drin ist, was sie einerseits versuchen mit reinzubringen, aber das andererseits nicht klappt. Und selbst, wenn man's wie Wilhelm del Toro versucht hätte und schon sehr viel in der Vorproduktion gestellt hätte, das hätte ja in einer fantastischen Welt auch viel besser gewirkt. Denken wir gerade mal an die neue Serie von Netflix zum Dark Crystals. Die sah doch mit CGI Enhanced fantastisch aus, was man da heutzutage machen kann. Exakt, CGI Enhanced, aber halt nicht CGI Only. Stell dir einfach mal diese Uruk-Hai-Armee oder die Uruks oder die Orks im Herr der Ringe vor, wenn die komplett aus dem Rechner wären. Nee, das ist kacke. Das ist kacke, ja. Du kannst das im Hintergrund, kannst du das auffüllen und du kannst dann irgendwie ein Augenblinken reinmachen, was einfach aufwendiger wäre, als da jetzt extra noch eine Mechatronik reinzumachen. Alles gut, gar kein Thema, ja. Das wirkt definitiv, definitiv besser. Aber so komplett alle aus dem Rechner zu kommen, dann müssen ja noch die Zwerge künstlich verkleinert werden, weil man halt nicht mehr viele In-Camera-Tricks gemacht hat, wie man es vorher noch gemacht hat, weil die jetzt ja vor dem Greenscreen stehen. Also kann ich es ja in der so gar nicht mehr machen und so weiter und so weiter. Ja, das fällt dir halt in der Masse dann einfach auf die Füße und ist mir dann in dem Fall auch wirklich sehr, sehr sauer aufgestoßen, weil es einfach auch dann keinen Spaß mehr macht zu gucken. Und auch das ist im Grunde genommen halt auch nur wie der Moria 2.0. Es sind ja auch eher Goblins als Orks. Also Goblins sind für Tolkien auch mehr oder weniger Orks, aber eigentlich eher so eine eigene Rasse. Wir sehen im Heer der Ringe sehen wir mehr Uruk-Kai und die gezüchteten Orks anstatt diese klassischen Orks. Und die klassischen Orks, die leben halt hier in den Bergen und sind lichtscheu und alles andere. Aber das, auch das bin ich, ich bin froh, dass ich den Rewatch jetzt in drei oder vier Abenden gemacht habe, um ja immer so episodenhaft eine Dreiviertelstunde zu gucken, weil sonst hätte ich diesen Film nicht durchgehalten. Ich sage es dir, ich bin auch, da bin ich dann eingenickt. Das musste ich auch nochmal, dann nochmal am zweiten Abend machen, weil da bin ich auch wirklich eingenickt. Ja, es war einfach dann auch irgendwann und dann quatschen die da und das führt zu nichts und ach und dieser lächerliche König. Und ja, und dann geht auch irgendwie die ganze und ich finde dann eigentlich der wichtigste Abschnitt in diesem Film, nämlich, dass also Bilbo dann auf Gollum da unten trifft, das geht dann fast ein bisschen unter. Also, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Bilbo eigentlich überhaupt eher so eine Randfigur in seinem eigenen Film ist, weil diese anderen, gerade Thorin und auch Azok so und auch dann auch diese Nebenstory mit dem Nekromanten und so, so viel Raum einnehmen, dass der Bilbo eigentlich nur so halt einer von vielen ist, aber nicht die Hauptfigur. Und man hat weiterhin ja einfach diesen riesigen Cast von 13 plus zwei Hauptdarstellern, wo man selbst in drei Filmen mit neun Stunden dem nicht gerecht geworden ist, weil man den Fokus immer wieder verliert. Übrigens passt diese ganze Geografie in den Bergen hier nicht, wie sie es im Film dargestellt haben. Das ist, ich meine, Bilbo fällt ja relativ am Anfang, als die gefangen genommen werden, in der Höhle in den Spalt hinein und landet dann bei Gollum. Recht schnell bei Gollum. In dem Buch ist es in der Tat so, die werden alle zusammengefangen genommen durch einen Trick von Gandalf, schaffen dies abzuhauen und zu fliehen, und das geht innerhalb von zwei Seiten, und sind die meiste Zeit da jetzt nur auf der Flucht. Und auf der Flucht sind die Orks denen auf den Fersen und Bilbo wird getragen von einem der Zwerge und bei einem Hinterhalt wird er fallen gelassen. Und relativ am Ende der Berge fällt, irrt Bilbo dann durch die Finsternis weiter als die Hintertür, die es da gibt, zu Gollums See. Und der See ist nämlich fast bei der Hintertür, fast beim Ausgang, was hier überhaupt nicht passt. Die rennen ja auch ganz, ganz lange durch die Berge, obwohl Bilbo am Anfang zu dem See runterfällt und dann auch nicht viel Weg braucht, um wieder auf die anderen einzuholen. Ja, man brauchte halt noch eine Fliet-Irn-Narren-Sequenz. Das ist der Punkt. Ja, aber selbst dieses Fliehen, ich meine, die sind wirklich lange unterwegs und retten sich vor dieser Ork-Armee. Nee, da hätte doch Bilbo viel, viel länger zum Ausgang hingebraucht, als er es jetzt gebraucht hat. Es ist so, als ob Gollums Höhle in einem schwarzen Loch oder in einem Portal zwischen den Bergenden stattfindet. Ja, da habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht, kann gut sein. Aber weißt du, wie ich mir das als Kind immer vorgestellt hatte, oder was mich so ein bisschen stört? Es ist viel zu hell. In meiner Vorstellung war das immer stockdunkel und eigentlich kann Bilbo gar nichts sehen. Ich glaube, das wird sogar ziemlich genauso beschrieben. Und nur Gollum kann was sehen und man sieht eigentlich nur die Augen von Gollum die ganze Zeit. Oder Bilbo sieht nur die Augen von Gollum die ganze Zeit. Und das ist mir viel zu hell hier an dem See. Weil der Bilbo, der patscht doch da im Dunkeln rum und latscht aus oder patscht auf allen Vieren, robt er sich doch vor und patscht dann in den See rein. Und hier ist das ja, ich will nicht sagen taghell, aber filmhell. Und das ist mir... Hier ist es einfach filmhell, genau. Und das nimmt dem Ganzen auch ein bisschen Atmosphäre irgendwie so ein bisschen. Ja, ich muss dazu sagen, neben Beutelsend ist das Rätselduell weiterhin auch eins meiner Highlights in diesem Film. Das hat damals für mich im Kino den Film gerettet. Beutelsend und das Rätselduell. Alles andere habe ich drauf geschissen. Aber ich muss sagen, in HFR, in 3D, sah Gollum so lebensecht und so gut aus, was die aus dem noch rausgeholt haben. Das war wirklich sehr, sehr krass. Also für das hat sich HFR mit 3D gelohnt. Für alles andere nicht. Und deswegen fällt der Rest vielleicht auch so ab. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Dass, wenn jetzt der Herr der Ringe oder auch der Hobbit normal im Free-TV läuft. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Pro 7 HD oder so. Ich gucke das auch dann nicht an. Ich sub dann höchstens durch und bleibe ein bisschen dran hängen. Aber ich merke es jetzt halt, wo ich die Blu-Ray geschaut habe und irgendwann an Weihnachten kam mir das wieder RTL oder keine Ahnung wo. Die Version, die im Fernsehen läuft, im regulären linearen Fernsehen, sofern das irgendwie noch jemand guckt, da fallen die CGI-Ref-Effekte und vor allem kommen so krass raus. Also du siehst richtig, wie als wenn die da nachträglich drauf gepappt wären. Also es sieht richtig, richtig übel aus. Auf der Blu-Ray sieht das über. Für den Hobbit oder für Herr der Ringe? Für beide. Das sind vielleicht diese Enhancer, die bei so Smart-TVs halt irgendwie alle mitlaufen. Ich habe keine Ahnung. Das fällt richtig, oder die SD-Auflösung, in der ich das gucken muss, keine Ahnung. Es fällt auf jeden Fall richtig auf. Und mir ist es deswegen aufgefallen, also mir ist es a negativ beim Gucken aufgefallen und dann war ich jetzt schon in Sorge, oh Gott, wenn das jetzt auf der Blu-Ray auch ist, dann ist das vielleicht auf dem Fernseher halt so, weil du die, da musst du sämtliche Enhancer abstellen. Also habe ich eigentlich, aber da noch mehr runter. Übrigens immer einen guten Tipp, bei euren Fernsehen geht da in die Einstellungen und schaltet diese ganzen Bild-Enhancer, schaltet die alle aus oder so weit wie möglich runter. Also auf jeden Fall machen. Immer sofort erste Einstellung, die man machen sollte. Aber mir ist jetzt aufgefallen, das ist gar nicht so. Also dieser ganze HFR-Effekt ist wirklich auf, da hatte ich vorhin schon gesagt, auf der Blu-Ray, ich weiß nicht, wie es bei dir auf der Fikar-Version ist, massiv nach unten gefahren worden. Oder es kommt irgendwie auf dem Fernsehen nicht so raus. Gott sei Dank. Hat man ja nicht. Hat man ja, du hast ja, das sind im Fernsehen und es gab ja auch die normalen Kino-Vorstellungen damals schon und nicht nur High-Frame-Rate-Versionen. In 24 Frames in dem klassischen Film-Frame-Format ist das ja auch normal. Da fällt das ja auch nicht auf. Da blendet sich ja das alles, da fügt sich das alles wunderbar mit ein. Deshalb, das ist kein Wunder, dass im normalen Fernsehen das so funktioniert. Du kriegst ja, du kriegst ja nirgendwo anders mehr, du kannst ja nirgendwo mehr das 48-Frame-Format sehen. Außer wenn du ein eigenes Kino besitzt und dann eine Filmrolle davon. Ah, okay. Ich dachte, man hat das dann vielleicht auch auf die Blu-Ray gepackt. Okay, verstehe. Alles klar. Nein, nein, nein. Okay, dann erklärt es das natürlich. Ich hätte ja bei dem Rätselduell völlig abgelost. Ich auch. Aber das habe ich auch schon in meinem Buch gehabt. Also ich musste mich jedes Mal an die Rätsel neu erinnern, als ich das gelesen habe. Das ist einfach, das ist einfach eine Generation, die weit vor uns war und die auch bei sowas wie Rätseln, bei solchen Rätseln auf einem ganz anderen intellektuellen Niveau war. Ich gehe mal davon aus, dass in den Dreistigern, als das geschrieben wurde, halt so Standardrätsel waren, die jedes Kind lösen konnte. Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt genau die gleichen Rätsel waren. Ich glaube, es waren ein bisschen andere Rätsel. Ich glaube, einmal ist die Lösung hier im Film Wind und im Buch ist es Fisch, wenn ich mich recht entsinne. Es gibt beides. Im Buch gibt es beides. Den Fisch und den Wind gibt es im Buch. Und die Zeit gibt es auch im Buch. Allerdings ist es mit der Zeit so, dass im Buch wird es so beschrieben, Bilbo will sagen, gib mir noch mehr Zeit. Aber weil er so nervös ist, kommt bei ihm nur raus, Zeit, Zeit. Und damit hat er versehentlich das Rätsel gelöst. Ja, genau. Das kannst du im Film nicht so darstellen, weil du nicht den inneren Monolog, Dialog da hast. Dementsprechend, das war schon passend, wie sie es im Film umgesetzt haben. Und dann kommt natürlich das Rätsel aller Rätsel, nämlich was habe ich da in meiner Tasche? Ja, was hat er da in seiner Tasche? Nämlich den Ring, den er vorher aufgesammelt hat. Der, ja, wie du es am ganzen Anfang von diesem inzwischen über zweistündigen Podcast gesagt hast, der auch für mich damals einfach nur ein Zauberring war. Punkt. Genau. Er war auch nichts anderes. Und es war ein Mittel zum Zweck am Ende dafür. Übrigens auch wunderbar, diese Szene liebe ich ja im Buch oder diese Stelle, wo dann Bilbo so ein bisschen mit sich ringt, das ist ja, eigentlich hat er die Regeln des Quiz-Duells da gebrochen. Eigentlich hängt er schon sehr stark an den Regeln dieses Rätsel-Duells und möchte sich auch daran orientieren. Nur dieses auch, was habe ich da in meiner Tasche, kam auch bei ihm eher als Gedanke raus, weil er versucht hat, ein Rätsel zu finden. Aber jeder stimmt damit überein, dass Gollum in dem Moment, wo er die Frage angenommen hat, die Regel auch so für sich geändert hat. Deshalb war es wieder legal in dem Fall. Ich beine mich auch zu erinnern, dass der allwissende Erzähler sozusagen im Buch auch so mal gesagt hat, dass die Regeln des Rätselspiels irgendwie heilig waren. Oder sagt Bilbo das irgendwie sogar selber? Irgendwie sowas. Irgendwie so in der Richtung, ja. Ja, ich erinnere mich. Ja, allerdings. Ja, dann kann er natürlich das Rätsel nicht lösen und wird dann von Gollum rausgeführt. Natürlich erst mal hintergangen, aber dann kann er sich ja dann unsichtbar machen. Man entkommt dann aus der Höhle und trifft auf alle Gefährten wieder. Und dann geht es aber draußen gleich weiter. Das ist allerdings im Buch auch so gleich mit dem nächsten Action-Piece. Nur da sind es halt andere Orks, nämlich die Orks aus der Höhle, die unsere Helden noch verfolgen. Hier sind jetzt die Orks aus der Höhle kein, nicht mehr relevant, sondern jetzt kommen plötzlich die Azok-Warg-Orks und wir kommen zu der berühmten wir hüpfen auf die Kiefern drauf Szene. Raus aus der Bratpfanne, rein ins Feuer. Richtig, ganz genau. Bei der Gandalf sie dann wieder rettet, indem er hier in dem Film extrem spät, ich kann mich, ich erinnere mich noch, im Buch werden die doch verspottet. Also ich glaube, da sind doch die Orks stehen unten und lachen die irgendwie aus in den, irgendwie sowas. Ich meine mich dran zu erinnern. Ja, und die Orks legen auch das Feuer. Richtig, die Orks legen auch. Das machen sie hier aber, glaube ich, auch, oder? Ne, machen sie nicht. Die haben die Tannenzapfen. Genau, die Tannenzapfen, genau. Hier wird es natürlich auch wieder dramatisch gemacht, weil dann der Azok kommt und der dann im Grunde genommen dreien herausfordert und sagt, ach, dein Vater war schon ein Feigling und blau und überhaupt. Wir brauchen einen Höhepunkt in diesem Film. Ein Finale. Das Finale, was natürlich auch nach, wie heißt er jetzt im Herr der Ringe, der drauf geht, boah, welcher geht der nochmal drauf? Unser Ned Stark geht doch drauf. Ja, Sean Bean, genau. Das ist auch, das ist sozusagen wieder, wieder auch, das ist wieder Beat für Beat die Gefährten. Ja, wir haben jetzt am Ende nochmal, nochmal einen Kampf. Nur, dass hier jetzt eben die Adler kommen. Wer rettet die denn in die Gefährten? Ja, gar nicht. Da gewinnen sie halt den Kampf. In die Gefährten zu dem Zeitpunkt, als Sean Bean stirbt. Ach so, ja, ja, okay. Da hauen sie ab. Da hauen sie einfach ab, genau. Da werden sie noch kurz gerettet. Genau. Beziehungsweise Aragorn macht die paar Orks dann platt und dann haben sie die halt besiegt. Genau, ja. Ähm, nee, ich auch hier, ja, ich verstehe, das ist irgendwie so überdramatisieren, das Ganze. Aber, ach, muss das unbedingt sein? Ich, hm, ich ärgere mich so. Boromir, jetzt komme ich schon wie Boromir. Boromir geht drauf, genau. Ach, komm. Ja, Herr der Ringe hat ja noch zwei Filme Zeit, bis wir da dran kommen. Nee, das war für mich übertrieben. Also, die, im Buch war es ja so, die Orks können halt kein Licht ab und die sind im Tageshell, kommen die raus. Ähm, und dann in der Nacht kommen die Orks hinter denen her und die können sich nur noch auf die Kiefern retten und von den Kiefern werden die dann gerettet von den Adlern. Ähm, wenn es, wenn es nichts mehr geht, gibt es die Adler. Wie die, wie die Sektion 31 in Star Trek. Sozusagen. Genau, sozusagen. Wobei es auch da inzwischen auf YouTube ganze Abhandlungen gibt, äh, pro, die Adler ruinieren alles oder Kontra. Nein, 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 die Adler sind ganz clever und blau und überhaupt auch noch Kammern. Gibt's anscheinend, ähm, auch da stehe ich ja, äh, also ich bin ja auf dem Standpunkt, dass die Adler halt ne dumme Idee sind. Also grundsätzlich, ja, weil sie einfach so wie Kai aus der Kiste kommen, wenn ihm nichts mehr eingefallen ist. Aber auch da gibt es ellenlange Abhandlungen, warum die also ganz clever wären und blau und überhaupt. Und da musst du aber dann so richtig da in dem Lore drin sein, dass die Adler ja eigentlich nur dieses und jenes und links und rechts und blau und ey caramba. Für mich waren die Adler immer so ein, also, sag mal so, dadurch, dass die Adler halt hier waren sie ja noch ganz nett, ja, aber dann kommen sie ja dann bei der Schlacht der fünf Heere wieder, dann kommen sie dann beim Herr der Ringe wieder und so weiter und so weiter, sodass sie einfach über, oft diesen overpowered und werden zu oft benutzt und, und das muss man sagen, sehen hier leider auch teilweise grottenschlecht aus. Sagen wir mal so, ähm, ich bin auch nicht unbedingt der größte Freund der Adler. Ich find's schön, wie im Buch noch mit dem Fürsten der Adler geredet wird. Ja, das fehlt hier leider völlig. Die sind ja stumpf. Ja. Man braucht ein Finale, die müssen gerettet werden, sind an diesem riesigen Abhang und in letzter Sekunde kommen die Adler vorbei und retten den Tag, ne? Ja gut, der Gandalf hat sie ja wieder mal mit einem Schwetterling gerufen. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding und das werden wir später noch öfter haben in den anderen beiden Filmen. da haben sie so viel Zeit und nehmen so viel Schmonzes mit rein, ja, und denken sich so viel Kram aus und dann kommt aber so ein Gespräch mit Gwei hier, kommt da nicht rein, das verstehe ich einfach nicht. Ja, das, das verstehe ich nicht. Also warum dann sowas rauskommt. Das ist ja eine wichtige Figur und das Gespräch ist ja auch wichtig, weil das ja begründet, warum sie später dann auch in der, dann wieder zur Hilfe kommen. Ja, äh, das ist wieder dieser gefühlte Realismus, den die da mit reinbringen wollen, den die auch in Herder Ringe drin hatten, der hier, wo die Tonalität ja, äh, in Höhen und Tiefen hier vergeht. Also dementsprechend ist es halt so, hat mich jetzt am Ende nicht gestört, dafür haben mich viele, viele andere Dinge an diesem Film gestört und dabei ist das noch der Beste in dieser Reihe. Oh Gott. Dafür, dass du jetzt so viel gestört hast, aber dafür jetzt wir fast am Ende unserer Besprechung sind, hast du noch gar nicht so viel gerantet. An welchen Stellen hättest dich denn da so völlig rausgeholt? Ich, 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 ich hab ja gerantet am Anfang, diese ganze Zwergengeschichte, dass die so episch mit reinbringt, geht mir tierisch auf den Keks. Ich hasse diese Rahmengeschichte, dass die Bilbo und Frodo nochmal mit reingebracht haben. Ja, diese Connection zum alten Film und dass man den Anfang fröhlicherweise dann doch nochmal Frodo sieht. Schön, zu einer Rahmenhandlung braucht ein Hollywood-Film, aber für mich ist der Hobbit weiterhin ein einzelstehendes Kinderbuch, das Spaß macht und das ein Abenteuer ist, ein Roadtrip, wie du es eben auch gesagt hast, eine Roadtrip-Geschichte, die man nicht ausdehnen muss auf drei Filme. Wieso muss man die Zwerge schön machen? Wieso muss man Thorin so ein edles Gesicht geben, obwohl er ein alter Haudegen ist, so in der Art und Weise? Wieso muss man alles das bedeutungsschwanger aufladen mit Bösewichten, die es im Buch nur ansatzweise gibt und die auch hier total schlecht animiert aussehen, mit Nebenhandlungen, die überhaupt keinen Sinn machen und die erst später wichtig werden, mit Figuren, die einfach nur Jar Jar Binks mäßig nerven und reingebracht werden, mit einerseits tollen Liedern und dann wieder lächerlichen Liedern, die da drin sind und wieso gibt man diesen Film nicht einen gewissen Fokus, eine Sicht, eine Stringenz, die durchgeht und da hättest du auch, selbst wenn du es auf drei Filme aufteilst, mach drei Filme a 90 Minuten, du plädierst ja immer dafür, dass Filme kürzer werden, das funktioniert ja auch, drei Filme a 90 Minuten hätte vielleicht sogar in dem Falle hier funktioniert, aber dazu muss ich auch sagen, ich kann gar nicht aktuell zumindest beim ersten Teil so dermaßen viel dagegen ranten, weil ich andererseits auch unglaublichen Respekt vor der Produktionsgeschichte des ganzen Films habe und den Pain nachvollziehen kann, durch den alle Schauspieler, Produzenten und Regisseure bei dieser Produktion durchgehen müssen und dafür, dass überhaupt ein einigermaßen kohärentes Werkstück dabei rausgekommen ist, muss man denen allein leider dafür auch großen Respekt zollen. Also du willst mir damit sagen, es sind die kleinen Dinge, die zählen. Wer wird dich schon froh mit den kleinen Dingen, die man so kriegt? Ich bin mit den kleinen Dingen froh, ich hasse diese Filme mittlerweile, ich hasse sie nicht, also hasse ist ein schweres Wort, ich gucke sie mir nicht gerne an, weil ich weiß, wie einfach schlecht sie sind, aber ich kann es ihnen in gewisser Weise etwas verzeihen, weil ich verstehe, wie diese Filme entstanden sind und das kennst du ja auch, wenn man wieder in unseren Projektalltag zurückkommt, du weißt halt, wie, wenn du ein Projekt, die Entstehungsgeschichte eines Projektes kennst, dann verzeihst du ihm viel mehr, als wenn du als neuer User da reinkommst und überhaupt nicht verstehst, was da abgeht. Klar, wie ich immer sage, einmal mit Profis arbeiten und von Idioten umzingelt. Genau. Heißt nicht, dass ich mich nicht in den nächsten Filmen noch mehr aufrege über alles, was es ist, aber der erste Hobbit-Film, der geht noch. an dieser Stelle hatte ich Hoffnung für die nächsten Jahre, dass es noch was werden könnte, weil es ja auch vielversprechend war und weil man ja diesen ganzen Trubel im Hintergrund nicht so bewusst mitbekommen hat, der da stattgefunden hat. Meine Erwartungen wurden wie bei den aktuellen Fantastic Beasts-Filmen und wie bei Star Trek Discovery und wie bei Picard immer noch in die Tiefe weitergetrieben, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Leider war die Hoffnung völlig fehl am Platz bei dieser Filmreihe. Naja, ich bin halt ein bisschen, ich sag mal so, man ist definitiv nicht geflasht aus dem Kino gegangen und man hat, wo du bei Herr der Ringe aus dem Kino raus bist und gedacht hast, fuck, zwei Jahre warten, hast du jetzt gedacht, so, ja, ich meine, man wusste ja auch was, also ich wusste da natürlich auch ein bisschen mehr, was kommt, das wusste ich beim Herr der Ringe noch nicht so, weil ich damals noch nicht so in dem Thema drin war, wie gesagt, einfach nur das Hörspiel vom Hobbit kannte, von daher wusste ich da natürlich jetzt hier mehr, was kommt, aber man ist so ein bisschen achselzuckend aus dem Kino raus, es war irgendwie nicht richtig schlecht, aber auch irgendwie nicht richtig scheiße, aber auch irgendwie nicht richtig gut und, joa, genau, so bin ich damals rausgegangen und dann wartete man halt eben, was da noch kommen möge und zwei Jahre später oder eineinhalb Jahre später war es dann ja auch so weit, da kam er dann eben dann auch mit Smaugs Einöde der nächste Film raus, ja, über den es dann aber in einer anderen Folge gehen wird. Genau, genau. Und wenn euch deswegen das heute hier gefallen hat, ihr eure Sicht und eure Gefühle, die ihr damals 2012 hattet, als ihr aus dem Kino wart, wenn ihr uns das mitteilen wollt, dann tut das, dann schreibt uns eine E-Mail an info at nerdizismus.de oder geht auf unseren Discord unter nerdizismus.de slash Discord oder schickt uns eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht an die 01525 976, wie war die Nummer? 9647709. Genau. Und da wollen wir natürlich gerne mit euch in den Dialog treten. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns auf unserer Reise durch die Tolkien-Filme begleiten werdet. Wir werden also als nächstes dann besprechen, wie gerade eben schon gesagt, Smaugs Einöde, dann die Schlachte fünf Herde, fünf Heere, nicht Herden, fünf Heere, ja, dann geht es weiter mit den Herr der Ringe-Filmen, auch jeweils in der Extended Edition und dann müssten wir eigentlich schon bald dann im September angekommen sein, wenn wir mit der Serie dann besprechen. Vorher wird es natürlich noch die Game of Thrones-Serie geben, die wir hier in diesem Cast besprechen werden und natürlich nebenher noch The Walking Dead und Star Trek. Da gibt es ja auch noch eine Menge in diesem Jahr und alle größeren Superhelden-Filme, die noch so rauskommen und wir werden dann nochmal einen Serien-Round-Up machen. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch mal auf den anderen Kanälen von nerdizismus.de vorbeizuschauen und natürlich auf jeden Fall eine Bewertung da lassen, denn wie eingangs gesagt, das hilft unserer Show am meisten, vor allem diesen Feed wieder hochzuziehen. Also schreibt doch mal bei iTunes oder bewertet uns bei Spotify und wenn ihr über Podcast Addict oder Podcast Radio hört, dann könnt ihr dort auch eine Bewertung hinterlassen. Das freut uns und dann können wir auch beim nächsten Mal Feedback vorlesen, weil das immer mit das Schönste beim Podcasten ist natürlich, wenn man von einer Folge auf die nächste auch Feedback kriegt und das dann so ein bisschen vorlesen kann. So, in diesem Sinne, Michael, dir vielen Dank für deine Ausführungen. Und ich glaube, es wird, war nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was noch kommen wird. Wir haben für unsere Verhältnisse jetzt mit knapp zweieinhalb Stunden absolute Überlänge. Das kommt selten vor, aber ich weiß, dass es den einen oder anderen freuen wird und deswegen dir schon mal vielen Dank. Ich freue mich wirklich drauf, die nächsten Filme mit dir zu besprechen, weniger auf die Filme als vielmehr auf die Gespräche danach, auch wenn ich glaube, dass es nicht mehr ganz so lange jeweils dauert, weil wir haben natürlich jetzt auch ein bisschen was mit Intro und Vorgeplänkel etc. jetzt gebraucht. Aber schauen wir mal, wo uns das hinführt. Die Filme werden ja jetzt auch nicht kürzer. So ist es ja eben auch nicht. So, in diesem Sinne, macht Idiot da draußen viel Spaß noch bei dem, was ihr tut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Eine Produktion des Podcast-Imperiums.